Okay, dann mache ich es mal ganz offiziell, hier mit Go. So, willkommen zum dritten Tag von Rebirth. Wir haben noch mal einiges vor, befinden uns aber immer noch in der ersten Region hier, in der Graslandregion. Genau, haben gerade diesen Turm hier unlockt und es gibt noch einige Stellen auf der Karte, die wir uns auf jeden Fall anschauen können. Und damit fangen wir doch auch direkt mal an. Erstmal den Schoko-Bro rufen. Oh, und die falsche Taste drücken. Danke, ihr lieben Hasen, dass ihr hier was versteckt habt. Komm nicht ran. Eisenerz. Zehn Stück direkt. Hat er mit seinem Schnabel, hat er das ausgegraben. Gibt es eine gute Möglichkeit, wie ich hier rüberkomme? Kann ich da einfach... Aber wenn ich so einen Wasserfall sehe, dann will ich immer gucken, ob irgendwas dahinter versteckt ist, oder? Ich gehe mal nicht davon aus, dass hier irgendwas dahinter ist. Wobei, mir fällt da so ein bestimmter Wasserfall ein. Späteren Spielverlauf. Wo definitiv etwas hinten dran ist. Aber ich glaube hier nicht. Und der Schoko-Bro kann auch schwimmen. Das ist ja cool. Und die Jagd? Oh, das ist wieder die Maifu. Sind natürlich schwach gegen Feuer, aber auch gegen Eis, interessanterweise. Okay, elementare Schwäche, um Schock zu machen. Ja, ja, okay, 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 sehr gut. Geh mit dem. Geh mit dem. Mai ist wieder am Labern die ganze Zeit. Hat sich nicht viel verändert. Geh mit dem, wenn du dich aufhörst. Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Geh mit dem. Geh mit dem. Das war ein sehr beeindruckendes Battle, den ihr gefordert habt. Ich bin ein Cyborg. Oh, und ich helfe auch. Seid ihr frei zu versuchen, wenn die Bewegung dich nimmt. Los geht's! Warte, verhindere Nährstofftanken? Wie soll ich das denn machen? Kampf wiederholen. Mehrere Forschung verhindert, dass es mit schockbare Aktivitäten verhindert wird. Also, für den Sinn von deinen fehlenden Freunden, schau die Mannschaft ab. Die Geschichte ist alles garantiert. Okay. Ich weiß nicht, wie ich es verhindert habe. Aber ich habe es verhindert. Ich dachte mir, zur Not einfach so schnell es geht die Dinger umhauen. Hat funktioniert. Hier kann man hochklettern. Soll ich das machen? Ich glaube, das muss ich sogar machen, um da hin zu kommen. Okay, wir gehen mal da hoch. Was soll ich hier sein? Ich gehe das machklettern. Oh, das war es ein wenig. twenty, drei, vier, drei. Oh, ja! Oh, ja. Oh, ja! Oh, ja. Oh, ja! Oh, ja! Hier irgendwo hoch? Oder nicht? Das sind übrigens diese Rohre von denen wir gestern gelesen haben glaube ich, wo das Mako quasi durchgeliefert wird, von Kaum. Ich will da hoch. Gibt das überhaupt? Okay, vielleicht habe ich da auch Kacke gebaut und wir müssen stattdessen doch hier unten bleiben. Oh, 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 oh. Der Lebenssturm. Da freut sich der Giga-Chadley. Ich habe mittlerweile auch so viele Punkte gesammelt. Ich muss noch mal gucken, was der mir anbieten kann. Okay. Im Quetzal-Kottel habe ich ja auch eine Karte. Oh! Hier wurde das unlockt. Dann mache ich mich mal auf den Weg hierhin, würde ich sagen. Okay. Das war's für heute. Hey, Cloud, it seems that a transmitter chip is buried nearby. You should be able to sniff it out with the aid of a chocobo. Once you pinpoint its location, you can ask your bird to dig it up. With that, let the treasure hunt begin. Direkt hier, oder was? Es geht wahrscheinlich auf der anderen Seite weiter. Sekunde. Schnüffel, schnüffel. Ja, okay. Schnüffel, schnüffel. Aha. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Synthese Chip Windmühlen-Bauteil. Okay, also irgendjemand braucht so'n Teil. Hä? Anscheinend. Es muss noch mehr geben hier. Ich finde es. Ganz schnell, Choco-bro-bro-bro-bro. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Ah. Schnüffel, schnüffel. Schnüffel, 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 schn Wow, damit habe ich wohl ausgesorgtet. Ach! Bapaba, bababa, 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 bababa Einer Sache gibt es noch! Go, go, Go Chocobo! Go, go, Chocobo! Go, go, Chocobo! Go, go, Chocobo! Du, 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 du... Go, go, Chocobo! Rüstungsmodifikation 1 Wow Gute Sachen dabei Vor allem es hieß Da ist ein Synthesechip verborgen Da waren drei Da waren einfach drei Dieser Vergleich Ich sehe zuerst wie Aerith So richtig grazil Elegant und wunderschön Auf ihrem Schokobo angeritten kommt Sie sitzt da auch in diesem Lady-Sitz zur Seite hin Und dann direkt nebendran Direkt nebendran Red 13 Einfach drauffuckt Übrigens Die Pose von Red 13 So sehe ich aus Wenn ich zocke Das ist meine Gamer-Pose Seht ihr den Vergleich hier? Genauso sehe ich aus Das ist perfekt Ich wette hier ist auch noch irgendwas Aber unser Ziel sollte das hier sein Ich gehe trotzdem mal Ich gehe mal ganz kurz in die Richtung Einfach nur um es freizulegen Sieht aber auch nicht aus Als wäre da irgendwas Der Gegner, ja Wie, 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 wie Oh Da ist eine Bank Jawohl Jawohl Dann war hier also doch noch was Jetzt bin ich halt schon ein bisschen neugierig Ob da oben noch irgendwas ist Auf diesem Hügel Sieht nicht so aus Wie schön die Umgebung einfach auf uns sieht Mit diesen ganzen Blumen überall Richtig gute Vegetation An Orch Go to the Orchs Hang back Only the strong survive Only the strong survive And that's me Ich muss mal ganz kurz gucken Wie viel Zeug ich mittlerweile einfach synchronisier Äh, synchronisieren Ein freudscher Versprecher Äh, synthetisieren ich kann Wir können hier nämlich schon den Phönix tragen Das ist doch schon mal cool Mix Heildrang Wachmacher Echo Schirm Kissen Ja, nice Meine Synthesestufe ist schon nach oben gegangen Oh, wir können auch schon Rüstungen machen hier Kupferarmreif Kupferarmreif Talisman der Triaden Oh, wir können upgraden Uh, wir können auch schon mal weg Kupferarmreif Kupferarmreif Es fehlt dafür ein Ungeheuerknochen und eine Quetzal-Quetzal-Kotel-Kralle. Jetzt, wo ich gerade so viel Zeug gebaut habe, muss ich mal gucken, ob wir hier nicht irgendwas verbessern können. Oh, Kupferarm, Ralf. Hat genauso viel... Oh, der Eulenreif ist auch... Ich fange am besten mal mit dem Tank an, weil bei dem wollen wir natürlich sicher gehen, dass er das hat, was wirklich auch am meisten Defense hat. Und das wäre hier der Midgar-Reif. Da passt allerdings, da passt halt nur eine Materia rein. Das ist natürlich der Nachteil. Die müsste ich hier heilen, müsste ich wegmachen. Geben wir ihm den. Cloud hat dann den Robusten am Reif. Er hat auch am zweitmeinsten Verteidigung. Und, ähm... Dann kann ich ihm ja... Weil er hat ja schon heilen. Dann machen wir das anders. Dann lasse ich Red... Lasse ich... Heilen drin. Aber Analyse gebe ich dann Cloud. Weil der jetzt quasi ein Slug mehr hat. So... Lalalala... So... Edithu... Edithu... Was haben wir denn für eine Auswahl hier? Es wird wahrscheinlich der Eulenreif. Ja... Ein bisschen mehr physische Abwehr. Viel mehr magische Abwehr. Und die anderen sind einfach schlechter. Der Eulenreif. So... Dann hat Schatzi auch noch einen Slot frei. Gewitter, Luft, Glut, Frost. Sie hat auch alle Elemente als Eingriffs-Magie schon. Ah... Wobei ich natürlich... Ich könnte statt Glut und Frost... Könnte ich ihr einfach die Normalen geben. Weil das Gute bei den Normalen ist halt... Also der Vorteil bei den Normalen ist... Äh... Dass die schneller leveln. Dafür braucht man aber natürlich dann zwei Slots. Und nicht nur einen. Aber das können wir uns... Im Moment gerade auf jeden Fall leisten. Verlängert Debuffs. Verlängert die Erscheinungsdauer des Magiekreises. Erhöht die Feuerelementare Attacke. Das passt so. Ohrring bleibt glaube ich auch bei ihr. Das ist ja einfach mehr Magie. Cool. Dann können wir aber schon bei den anderen jetzt ein bisschen was Neues machen. Weil die haben noch diesen blöden Metall-Armreif. Der ja ziemlich kacki ist. Gebe ich Barret-Kupfer-Armreif. Und... Die Schutzweste. Für mehr HP. Er hat immer noch nur eine Waffe, ne? Schade eigentlich. Genauso wie Tifa. Was denn los mit denen? Dann kriegt... Äh... Tiefer kriegt Talisman der Triade. Ja. Gut. Das haben wir alle so ein bisschen optimiert. Und natürlich kriegt sie auch einen Kraftreif. Weil sie ist... Physischer DPS. Tifa hat jetzt schon 100 physische Attacke. Auch Cloud hat 103 auch. Ja gut. Der hat auch schon eine neue Waffe. Bei ihm ergibt das auch irgendwo Sinn. Ja, dann mach ich... Wobei, wer hat denn eigentlich... Wer hat denn mehr Magic? Red oder Cloud? Red hat 73. Das ist gar nicht mehr so niedrig. Aber Cloud hat 87. Okay. Was hat denn Red überhaupt? Ja, okay. Also er ist... Er ist wirklich... Er ist wirklich Tank. Er ist wirklich Tank. Dann gebe ich nämlich Cloud diese Doppel-Material. So. Dann hat er Feuer, Eis und Heilung. Analyse, Fein-Technik. Bisschen mehr TP. Sie hat alle verschiedenen Elemente als Eingriffsmagie. Und ein bisschen... Max-MP-Boost. Und er ist natürlich... Ultra-Omega-Tank. Mit Heal. Er ist Paladin. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt sinnvoll ist, wenn ich den anderen Charakteren vielleicht... auch mit Tyrion rein mache. Weil ich glaube, die leveln die nicht. Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn sie es tun. Lass trotzdem einfach mal rein. Lass trotzdem einfach mal rein. Okay. Nice. So. Charaktere gut optimiert. Ich würde ja interessieren, ob man da irgendwo 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 einen Weg rein gibt. Zu diesem... Spur der namenlosen Krieger? Oh! Oh, shit, okay. Das Ding Shinra's? Es sieht aus. Aber definitiv ein weiterer Modell. Sie kamen zurück, und sie kamen es mit der Republik. Es ist schwer zu imagine, dass das einmal eine battlefield war. Und es ist schwer zu finden, irgendwo wo es nicht eine battlefield war. Und es ist schwer zu finden, wo es nicht eine battlefield war. Okay, das war ja einfach zu finden. Ich glaube, da ist nichts da oben drauf. Also wenn ich mir die Karte so angucke, das sieht einfach nur aus, als wäre das... Das ist einfach nur Stein. Stein. Nein. Haben wir die schon, oder...? Die haben wir schon. Ich habe, glaube ich, ich habe Bock mal so ein bisschen mit Cloud zu spielen. Als Anführer. Stehen wir hier. So. Ja, es ist wie ich gedacht habe. Also hier ist überall Gebirge, da können wir auch gar nicht groß weiter. Und wir müssen quasi nachher dann über den Sumpf hier. Genau. Gut, in dem Fall gehen wir zurück und dann nach links. Oh, 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 oh. Ich schnuppere? Ich schnuppere was? Warte. Wenn es mal rakt. Ich frage mich, ob das Zeug random generiert ist, also auch wieder irgendwann neues Zeug im Boden auftaucht oder ob das wirklich alles... Vorgefertigt ist. So alles fix. Oh, Metal Gear? Metal Gear. Metal Gear. How could you ditch us like that, Buzz? Don't be an idiot. I had to for the treasure, obviously. I was inconsolable. Oh, you're inconsolable? What's that? Oh, it's like when you're... ...consolable, but... ...not. Oh, I get it. Bloody. You think that Merc's gonna come after us? Okay. We'll hide out here until that Merc gives up. Hey, Boss. Can we eat ya? I'm hungry. Yeah? It ain't ready yet, dingus. Show me the meat! We call it well done, cause shit's gotta get done well, not poorly. Yeah, but I think you guys done pretty well. Hey, are you a chef? You got a puppy hat? No. Hey, don't do it. No. No. How many feet have done a standard? Oh shit-haha. Oh, no. Eh, crazy! You got him or something? Du hast einen Schwer? Wir werden es hier verrufen. Hey, Boss. Können wir noch essen? Ich bin Hunger. Es ist noch nicht bereit, Dengus. Wir haben es gut gemacht. Denn die Verletzungen müssen wir gut machen. Ich brauche einen Flugzeug. Ja, aber ich glaube, du hast es auch gut gemacht. Hey, bist du ein Schwer? You got a puffy hat oh less cooks the better Okay, we'll hide out here till that mark gives up hey boss Can we eat that smell great get ready at dingus. We call it welcome If that's not well done, I don't know what is Presenting the finest You got to save for the aroma Breathe it in Oh, I know how to be Hello So you want this thing that bad, huh? Yeah Oh So we ain't just gonna give it up dumbass I don't have time for this Get the word now boss Relax boys, I've got just the plan I call it baiting the hook Yeah, hook and the bait So what? What's the bait? For all intensive purposes, it's you Me? Here, take this Thanks, can I eat it? Tuck it for the getcha Oh, is this some bizarre krottel? What's the Teufel? Okay Guess I got it Mist! Butch habe ich ja schon... Mir fehlt noch dieser Bot, glaub ich. Den konnte ich nicht analysieren letztes Mal. Feuer und Wind. Das war's für heute. Das war so worth it! So, um, Cloud? The Protorwillip does not appear to be at your location. Whatever. You can track it, can't you? I most certainly can. Not only that, and on that note... Now they are there. That's what I'm talking about. Äh... Ja, und ich mein, sonst haben wir auch nicht mehr viel zu tun hier. Doch, hier, ähm... Da würde ich gerne nochmal hin. Und dann nach rechts den Kampf machen. Die Jagd. Die Jagd. Die Jagd geht weiter. Geflügelter Drache aus uralter Zeit? Oh, shit. Bei Kampfplätzen geheimer Gegner handelt es sich um die Habitate seltener Ungeheuer, die erst durch die Analyse mehrerer Lebensquellen entdeckt werden können. Jetly stuft diese Bestien als besonders stark ein. Geflügelter Drache aus uralter Zeit? Na dann? Wie geht's uns denn? Äh... Ich nutze mal so ein paar Heiltränke. Das passt schon. Okay, dann... Go! Oh, shit, Alter. Confirmed. Ketzel Quattle Identified. Commencing Guidance Protocol. A question between a dragon and a bird, the solitary Ketzel Quattle is simply bred in case. Indeed. It's no wonder that the H-Shade equals a misreaching for bearded as a god. While the creature typically... Allow me. Ice. Okay. To keep to his hunting ground the nest, to be decided for galarian communities in recent years. Block those deleterious effects on his Habitat, have less than driven his prey on life's loss. Gaining more intel on it may help us discover a way in which he can co-exist in one's more. Okay. The grassland ecosystem is your hand. With me. You're a realising biological tape, Arriban. Wieso ist Arris eigentlich im Nahkampf? Stop. Let's get serious. Get him! Ah! Whatever! Huh! Don't scratch. Get him! Tagging out. Feeling silly up. Now who's out? Just serious? Oh! 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 Das war's. Ich weiß, dass du das tun kannst. Das ist nicht gut. Du bist auf. Wissen wir doch schon. Das war's. 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 Zeit. Er ist jetzt auf unserer Seite. Er ist jetzt auf der Seite. Wow, so it's my turn? Nice! Tanky, aber nicht besonders schwer. Now then, allow me to congratulate you on your victory over that beast. And thank you for the valuable biological data. You were likewise able to obtain something of great import. The beast's talent. I suspect that it can be used in the creation of something astounding. Okay. 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 So, that is also done. Okay. 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 That you! Dough. You idiot! What if some good-for-nothing thugs break in and we get locked down. Where did you come from? Save everyone the trouble and hand it over Nothing trouble, anything but that Just do what he says, boss Cool it, I've still got a trick up my sleeve A trick I like to call Diversionary tactics Okay, you know what to do I bet you couldn't guess who's got it Even if you tried Es ist doch relativ offensichtlich, oder? Ich mein Me, uh, I, you see The correct answer is Ta-da! Me, me, me Look at these trumps Our tactics got a totally diversion So, uh, what do we do now, boss? Isn't it obvious? We make a run for it! Wait a sec, boss What about the key? The key ain't going nowhere Just leave it! Not a piece it is Nothing It's over Now Nothing I suppose we all have our Off days I want them to get away That's the plan I'm sorry Before you resume your hunt, however It shouldn't be too tough Hmm Okay, so this is Nur die Fährte Okay, also Den gehe ich jetzt nach Such Such Schokobo The key Looks like you found the key Und in anderen Noten, wir hoffen, dass die 4... Yay. Okay. Da war ich jetzt noch gar nicht. Wo wir aber jetzt schon mal hier sind. Ich müsste mal gucken. Ja, okay, da ist der Weg. Ist der Weg. Das hier führt anscheinend zu dieser Blumenwiese. Oh. Oh. Das war's für heute. Wie sieht's denn aus mit unserer TP und MP? Geht's uns noch einigermaßen gut? Ja, vielleicht raste ich mal. Jetzt, wo wir auch Kissen basteln können, ist das ja alles easy peasy. Geht's uns noch einigermaßen gut. Hier sieht's aber nicht wie bei einer Blumenwiese aus. Geht's uns noch einigermaßen gut. Geht's uns noch einigermaßen gut. Geht's uns noch einigermaßen gut. Hier geht's. Geht's uns noch einigermaßen gut. Oh, das könnte gut sein hier. Macht der Unschuld. Flick und Zick. Ohohoho, das. Geht's. Geht's. Das gleiche nochmal hier bei ihm. Hey, du hast es gefragt. Geht's. 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 Im Deutschen mach du mal, im Englischen yeah I got this. Leichter Unterschied. Also wir brauchen ja auf jeden Fall Rote. Oh, jetzt diese sind vibrant. Also du mögst die tief, liebte Rote, oder? Ja. Und dann noch Gelb und Weiß. Aber keine Blauen. A few more couldn't hurt. So cute. And soft, too. Perfect for a flower crown. All right, that should probably be enough. Let's go get him to Chloe. 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 Orcs. Die brauchen wir nicht mehr. Obwohl. Es geht ja schnell. Das wird das tun. Das wird das tun. Ich habe mich gerade gewundert, was dieses grüne Licht da vorne ist, aber... Ist das einfach nur ein Turm? Ist das der Turm, den wir da schon aktiviert haben? Ich glaube, ja. Sieht ja crazy aus von hier. Das ist das Gebäude. An einem Punkt wurde es für das Verbrauch von Shinra-Property, aber die Bandits haben seitdem es in eine Hiddeout und wahrscheinlich haben sie mit Traps. Traps? Oh. Die sind so dämlich. Das ist so richtig krass. Oh, es sieht aus, als kämpfen wir gegen dieses Fide. Wie soll ich die denn weggeben? Hm. Wie soll ich die denn weggeben? Ich sehe irgendwas, was ich aktivieren kann. Ich sehe irgendwas, was ich aktivieren kann. Ich sehe irgendwas, was ich aktivieren kann. Ah. Warte. Oh Gott. Ja. Ja So we may be thieves, but we didn't steal nothing this time, I swear, we found it, and possession is nine-tenths of the law, ain't it? Hmm, that's a good point. How about this? If you want it that badly, we'll sell it to you. What do you say? Für wie viel? 10.000 Geld? Ich meine, ich hab's versucht, okay? Ich hab's versucht. Ich wollte das wie ein zivilisierter Mensch regeln, aber... Das sollte nicht sein. So, wen habe ich denn jetzt noch nicht? Das war nämlich Beck. Und Boot? Okay. Beck und Boot. Oder Bad. Ach und Birdhub. Okay. Okay. Aufpassen, dass ich nicht sterbe, während ich probiere die ganzen Leute zu analysieren. Es fehlt noch Bude. Okay. Okay. Ist das all? Das ist es. Das ist es. Es ist jetzt. Das ist für dich. No way. Leave it that far again. Es ist ein, was ich? Takeover. Ich habe das. Ich habe das. Er ist tot. 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 Ich bin jetzt ein Fotodeputant. Ich schätze das ist gut. Wie viel kostet denn eigentlich eine Übernachtung in so einem normalen Hotel? Ist das sehr teuer? Es kostet gar nichts? Oh. Ok. Es kostet überhaupt nichts. Gut zu wissen. Und wir haben schon die Teile dafür. Genau, dem Typen seine Karte. Die geben wir ja auch wieder zu. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir sie behalten dürfen. Ja, klar. Natürlich darf ich sie behalten. Aber nur, bis ich es gut genug habe, um es wieder zu gewinnen. Puh, das ist ein Wachstum aus meiner Meinung. Okay, enough of that. How about I fix you two of your drinks? Nice. So, this guy moved here recently from Midgar, left after the Sector 7 tragedy. You know how it is. Anyway, he kept raving about this incredible cocktail served at a famous bar in the Undercity. 7 Heaven. Don't know if you heard of the joint. They called it the Cosmo Canyon. Ah. What do you think? Come on, drink up. Thanks. Alkohol consume, oh nein. You know, that was just what I needed. Knew you'd like it. Although apparently, my version pales in comparison to the Undercity original. So much so, the guy flat out refuses to order it again. Pinch of salt. That'll give it the cake it needs. Trust me. Salt, huh? Hey, that's pretty clever. Yeah, maybe I'll try that. Wait, don't tell me. You're the one who invented the Cosmo Canyon, aren't you? You're that 7th Heaven bartender. Not today, but someday soon. When we do open up a new place, swing by. I'll make you a Cosmo Canyon myself. Okay, but I'm holding you to that. I'll be there opening night with bells on. Cozy. 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 The suspects remain in large, though public security is confident, they will be apprehended soon. That's what you need to be. Da freut sich die Tifa. Und ich mich auch. Wir tun Gutes. Wir tun Gutes. Wir tun Gutes. So, damit wären wir hier in Karm zumindest komplett fertig, richtig? Okay. Okay. Dann hier zur Windmühle. Gut, dass wir da schon überall waren. Ganz tolle Windmühle. Unglaublich. Ähm. Ich möchte, dass ich die Roste rauskriege, um sie wieder zu gehen, um sie wieder zu gehen. Viel einfacher gesagt als getan, unfortunately. Der Router ist ein Schlosskomponent. Einer, der eine B***h zu finden. Ähm, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ist ja was auch sehr krasses. Das ist immer so ne Sache, die fällt einem erst später auf, vor allem, wenn man andere Spiele spielt, aber hier ist wirklich jedes, jede Voiceline ist halt, äh, recorded. Also ich glaub, bisher gab's keinen einzigen Dialog, der nicht, der nicht WoW-Secting hatte. Richtig nice. Well, turned out, he was a natural born trooper. Was even handpicked to take part in a super secret experiment. Es war nicht lange nachdem, dass wir Kontakt verloren haben. Bei der Zeit, wenn wir re-Konnecten hatten, er hat bereits das Leben hinter ihm. Was experiment? Ich muss ihn fragen, aber ich glaube, er wird dir sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen. Was er hat mit ihm getan hat, hat etwas zu tun mit seiner Kondition. Ich weiß es. Step one was scoring a transmuter chip, which you did. So now we put that baby to work. Auch schon gemacht. Ah ne stimmt. Stimmt. Genau. Aber ich glaube ich hab die items. Ja ja genau ich hab schon alles ne. In that case only thing left to do is to transm- Ja easy. Oh mir fehlt noch ein Ungeheuer Knochen. Oh shit. Wo krieg ich denn so ein Ding jetzt her? Ein Ungeheuer Knochen. Ich geh mal stark davon aus, das kriegt man von einem Ungeheuer. Na gut, dann lass erstmal die anderen Sachen hier machen. Die Blumen abgeben und dann rechts zu dem äh... Titan Schrein. Chadley du hast nicht zufällig... Du hast nicht zufällig irgendwie Ungeheuer Knochen im Angebot. Nee der hat nur Material Zeug. Okay. Ach deswegen. Okay. Also die Charaktere benutzen gar nicht mehr ihre Spezialfähigkeit. Haben sie das im Remake nicht gemacht? Ja also die Charaktere benutzen anscheinend ihre Spezialfähigkeit nicht automatisch. Man muss quasi diese Materia hier equippen. Damit die das machen. Das heißt, wenn ich das Aerith gebe, könnte sie Focus Warp machen. Auf Red 13 wäre das eventuell sinnvoll. Weil der kann dann seine... Wie nennt sich das nochmal? Seine Tank Stands da, seine Rache bla, kann er benutzen. Und Automagie ist... Achso. Wenn ich das zum Beispiel mit Vita verbinde, dann heilen mich meine Mitglieder automatisch. Ich mein... Nicht verkehrt, aber... Gibt's hier noch was Neues? No. Was fehlt denn hier eigentlich? Besiege Lamu? Besiege Furiodunk? Analysiere 12... Oh, 16 von 16 Gegnern. Okay. Ich wusste doch, dass Analysieren ist für irgendwas gut. Oh, es gibt hier wieder ein Angebot. Was gibt's denn? Ein Kissen, ja. Und Stehlen. Nope. So. Cloud ist das, ja. Ich sollte für die Fähigkeit mit tiefer zusammensparen. Ja, wir sparen noch ne Runde. Ja, wir sparen noch ne Runde. Wow. Schau an alle diese. Danke dir. Es war unser Spaß. Ich bin aber etwas überrascht. Was, wenn meine nicht so schön als meine Mutter ist? Well, Glückwunsch für dich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich eine Floristin bin. Ich wäre mehr als glücklich, dass ich dir einen zusammenbauen würde. Wirklich? Wir machen auch zwei. Right, Cloud? Sure. Schau! Es ist so wie die Mutter. Das ist alles dein. Ja, ich dachte nicht, dass ich es tun könnte. Aber ich habe es gemacht. Ihr zwei sind das Beste. Ich hätte das ohne dich gemacht. Ja, du könntest. Glaubst in dich. 10 Waffenpunkte für Aaron. Hier. Für dich. Chloe, hast du das gemacht? Ja. Danke. Also? Schön. Schön, nicht wahr? Ja. Schön. 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 Ich würde es abnehmen. Ich werde es ausziehen. Tauschen. Achja. Wir haben jetzt sechs. Ich könnte hier genau. Ich kann das ganze Reitvogel Equipment hier. So. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Ein Ding. Ein Ding. Ein Ding. Ich hoffe, ich werde dich wieder servieren. Ich freue mich, dass du dir helfen kannst. Ja. 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 Mach mal das mit. Ich würde dir jetzt mal kurz machen. Und du hast das noch eine Art Schokoboman. Wir müssen die, genau, wir müssen die Farben noch anpassen. Wir müssen die Farben noch anpassen. Gut, jetzt das hier. Sehr wahrscheinlich ist das nochmal so ein Titan-Ding, wodurch er dann noch stärker wird. Das kann ja auf jeden Fall auch nicht schaden. Vorne sehe ich auf den Stein schauen. Boah, selbstmordgefährderter Schokobo. Aha. Jaaay. DING 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 Divine Intel Die Musik ist geil Die Musik ist geil DING 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 Ähm, wir müssen auf jeden Fall noch so ein paar Viecher auf den Weg kömen für den Fall, dass die was troppen Auch halt noch so eine Ungeheuer irgendwas Das Vieh da vorne zum Beispiel. Das kann doch bestimmt so eine Kralle trocken. Moment mal. Wir brauchen... Wir brauchen einen ungeheuer Knochen. Oh da, Leflikon. Den brauche ich auch noch. Der Wolf hat keinen Knochen. Fuck. Bereit? Ungeheuer Knochen. Seltene Gegenstände. Und umwandelbaren ungeheuer Knochen. Okay, also wenn ich so einen mit Mord umwandle, dann kriege ich das. Ungeheuer Haut und gerade. Ich brauche Knochen. Ich glaube, Tifa hatte doch... Oder? Tifa hatte glaube ich Morph. Morph und Stillen, ja. Ich bin schon von dir. So ist es einfach... Aus von dir. Immer wenn ich so ein Qae höre, denke ich, es passiert irgendwas. Das ist der Schoko, wo irgendwas findet, aber die springen manchmal einfach nur über einen Stein oder so und machen dann den Sound. Ungeheuer Knochen, normaler Tropf sogar, okay. Und man kann einen klauen, okay. Let's go tiefer. Show as your moves. Stehlen. Stehlen fehlgeschlagen, wollen wir. Wild Elfadums can be found here, in the grassland. Most are aggressive, especially these ones. Which is why we must study them thorough. Don't overdo it. I'm hunting. That's it. I'm your one, it's your choice. All set. Watch yourself. I got this. Gotcha. Come on. Gotcha. Bring it. Get him. That's it. Sorry. Let's finish this. Wow, I almost feel sorry for that. Ich kann den bestimmt auch jetzt einfach morfen, weil der so low HP hat. Probier mal. Hat es funktioniert? Ich glaube ja. Ja. Da 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 da. Why don't you leave the pool? I got this. Let's do this. No, I'm cheering for you. Get Rizzle, pick up. Try this. Yeah, pick up, bring it. Let's go. Thanks to you. Cloud. Shut the f- Nice. Ein neuer VR-Kampf. Sehr, sehr schön. Irgendein Schatz her? No? 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 Esper-Kristall? Okay, das muss hier unten sein. Hier unten. Achja, ich muss hier noch, ich muss hier noch craften. Ja. Jetzt ist das eine Qualität des Designs! Kein Shinra-Knock-Offs kann sich mit der Republikan genühten. Okay, Zeit, um zu sehen, ob sie funktioniert. Oh! Das fällt einfach eine Materia runter. Das ist unglaublich! Wow! Die Bläden schreien! Eigentlich schreien sie! Wie eine Sicht! Oh, ich kann nicht erwarten, wie viel Kraft er generieren kann! Ich wünsche, Brodin wäre hier für das. Ich könnte ein Foto für ihm machen. Ich bin Foto-Debitant. Ich denke, du gehst zurück nach Kalm? Das ist der Plan. Wenn du Brodin sehen möchtest, sagst du ihm, hurry up and get better, würd'ch? Wir haben eine ganze Welt, um zu sehen. Oder etwas über diese Linie. Wie romantisch! So, was bist du denn? Verhandeln! Okay. Mann, ich wünschte, ich hätte mehr Materia-Slots. Das ist echt momentan so eines meiner Hauptprobleme hier. Wahrscheinlich gibt's aber direkt, also wenn ich in die nächste Region gehe, gibt es wahrscheinlich auch direkt neue Waffen. Mit mehr Slots und neue Accessoires. Das ist so. Sie sagt, du hast eine Welt zu sehen. Haha, sie einfach braucht eine Art, um zu reisen. Aber ich bin überraschend für eine vacation. Ich denke, dass ich mich zu viel arbeiten. Rest würde dir gut machen. Was ist das Schmerz? Es ist in der Lage von Hojo. Es ist Zeit. Es ist Zeit, Zeit, um zu gehen. Um zu gehen. Um zu gehen. Okay. Es ist einfach die Degradation. Alle Soldaten müssen sie mit ihnen machen. Jetzt wissen Sie, warum ich keinen alten Doktor sehen kann. Du bist auch ein Soldaten, nicht wahr? Ex-Soldaten, eigentlich. Ich wollte dich nicht schmerzen. Die Symptome sind immer immer das gleiche. Und wer weiß, du vielleicht bist einer der Glücksten. Genau. Es ist einfach nicht zu gehen. Es ist einfach nicht zu gehen. Alles klar? Du hast nur einen Schmerz in der Leben. Und du kannst es nicht schmerzen. 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 Ja. Das war ja ein ganz großes Thema da in der Story von Crisis Core auch. Was diese Soldaten halt, äh, die kriegen ja da irgendwelche Zellen eingeflößt. Teilweise. Oder halt einfach nur werden sie mit Marco quasi so ein bisschen verändert. Und, äh, dadurch gehen halt irgendwie die Zellen auch irgendwann mal kaputt. Das heißt, die sterben halt jung. Ich glaub, so ungefähr war das. Du, 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 du. Biu, ba, ba, bu. Ba, bie, 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 bie. Ups. Du, 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 du. Oh- You are dead. You are dead. You are so dead. You are dead. You are dead. Okay. Got it. Get from your arm. I can help too. And catch. Ready? Get him. Help a girl out. Come on. Every little bit. You can do it. My turn. That'll do. Keep it together. Finish it. Come here. Then I'll pull back. Not to be around. Yeah. So. Dann zeig mal her, was hier noch fehlt. Uh, ja. Okay. Noch fünf Sachen insgesamt fehlen. Auch eine ziemlich geile Anzeige, dass man da direkt sieht, wie viele Orte man hier noch nicht gefunden hat quasi. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ah. Wo ist fünf? Vielleicht ist das fünfte auch einfach nur, dass man alles abgeschlossen hat. heard anyway. Let's go! Wo ist es. Ufff! Wie? Floppy. Wie? W-W... W-W... Wie? Es ist schon ein Mann, das ist schon ein Mann, das ist schon ein Mann. Wie? W-W... Hier geht's! Das ist es. Das ist vorbei. Ich glaube, dass der hinten ist nicht mal... Ich dachte, das wäre sogar schon das Gebirge von Nibelheim, weil Schnee und so drauf ist. Aber jetzt würde ich mir das so ein bisschen von Näherem angucken. Ich glaube, das ist einfach nur das Gebirge, wo wir gleich durchgehen. Das ist noch gar nicht... Nibelheim ist ja irgendwo... Moment, jetzt muss ich überlegen. Die Karte in meinem Kopf muss ich rumdrehen. Hier ist ein Midgar. In Nibelheim ist ja vor allem... Stimmt, das ist ja auf einem ganz anderen Kontinent eigentlich. True. So, trau ich mich darüber? Wir warten. Es gibt noch genug anderes zu sehen. Oh. Da ist ein Huhu. Boah, vom Schoko-Bohr einfach an die Wand gesprungen. Stylisch. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, es kann sein, dass hierdurch jetzt nochmal ein neuer Kampf unlockt wird. Und das ist dann das fünfte, was gefehlt hat. Oder? No? Maybe? Hm? Hm? Hier sieht es aus, als wäre Ende Gelände. Ja. Okay. Das heißt, es wird Zeit. Wir stellen uns dem Midgar Solum. Ich bin gespannt, ob der jetzt wirklich auch aufgespießt einfach da rumsteht. So wie im Original. Oh Gott. Oh Gott. Also bisher keine Schlange zu sehen. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu creepy, wenn das echt dich verfolgen würde wie damals. Ich seh da vorne auf jeden Fall ähm. Ja. Das ist wieder so ne Heiten-Dings. Ja. 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 Ne Chuck, ne Chuck, boom. Ja, ja. Kreis, 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 Kreis. So und jetzt haben wir Titan auf der maximalen Stufe. Das ist unser Analyses von den Grassland Summon Crystals. Danke. Jetzt wird Titan ein weiterer Freund zu sein. Congratulations. Congratulations! Und der kommt einfach auf den Sumpf raus. Ja, da gibt es noch so viele, es gibt ja noch den Kampf hier. Es ist noch nicht ganz, wie ich da hinkomme. Hallo, die Vieh. Wikinger! Der U-Wikinger. So ganz kann ich meine Paranoia aber nicht abstellen hier. Ich habe immer noch so das blöde Gefühl, dass das Vieh irgendwo gleich auftaucht. Uns geht es super, auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, dir auch. Wir sind hier bald fertig mit der allerersten Region. Der Lamo. Lamo. Oh, stark resistent gegen alles außer Feuer. Ah, es gibt... Oh, okay, ich verstehe. Ah, okay, der eine ist Eis. Die anderen Feuer, also die Wechsler anscheinend die Elemente. Okay, dann machen wir doch erstmal... Der ist Eis. Okay, dann machen wir da einfach mal Feuer drauf. Mal gucken, was passiert. Das ist so lieb. Ich hab das. Nein, ich hab das hier für dich! its onge- Ich hab das hier. Also ist meine Aufgabe. Ich hab das. Und hol ihn? Es hol ihn. Wir lben ihn! Das ist das. Schocke einen Gegner, okay, das kriegen wir auch hin. Wow, was ist das, was ist das? Noch zwei Sachen fehlen. Noch zwei. Noch zwei. So nah dran. Das wäre auch erledigt. Dann wäre das hier das nächste. Eine weitere Analyse. Und dann sind nur noch die Kämpfe übrig. Let's go, let's go. Let's go. Ganz in der Nähe. Ah, wir sind hier hoch. Early Streams, ja. Wird die nächsten Tage auch noch so ein bisschen weiter gehen. Also wahrscheinlich werde ich so, gegen 12, 1 Uhr werde ich immer anfangen die nächsten Tage. Oh, ein Schatz. Super Trunk. Wow. Amazing. Amazing. Amazing Grace. How sweet the sun. Oh, gar arm, Ralf. Ist das gut? Ist das etwa gut? Oh. Oh. Fall nicht verkehrt. Bei Tifa ist es halt ein Straight Upgrade. Ja komm, nimm du den. Das passt. Wir spielen ja eh gerade ein bisschen mit ihr. Wo will denn die Eule, dass ich hingehe eigentlich? Zurück. Es tut mir leid, wir müssen hier erstmal ein bisschen untersuchen. Ohohohohohoho. Ohohohohohohohohohohohohoho. Okay. Das ist... ...redigt. Ah, und da unten ist er. Okay. Ich sehe es. Vielen Dank, Eule. Hallo, Frostermann. Willkommen, Leute. Wenn ich nicht analysiert habe, habe ich einen neuen Transmuter-Chip gefunden. Es ist von der Refu, die von der Pipe-Line von der Pipe-Line. Doch ein bisschen weit von deiner heutigen Location ist... Okay. Es gibt noch ein paar Rezepte. Da oben? Ach komm. Natürlich bin ich da vorhin einfach komplett vorbei. Robert, wo ist das denn hier? Oh. Was ist denn jetzt? Achso, ja. Mal da rein? Nee. Nope. Hm. Gehe ich jetzt zuerst hier weiter? Ich habe das Gefühl, hier ist eventuell noch irgendwas, wo ich nachher fasttraveln kann. Deswegen gucke ich mal, ob wir da nicht irgendwas finden. Ich glaube, ich muss nach oben. Oh. Schokobo. Du kannst sogar im Wasser schnüffeln? Alter. Ultra-OP. Okay. Oh. Fünf Mogri-Medaillen. Also es sieht ja fast so aus, als müsste ich da wirklich oben auf diese Brücke darauf von dort aus irgendwie weiterkommen. Aber... Aber... Die war doch zerbrochen, oder? Oder von hier aus? Oh. Oh. Oh, da ist ne Waffe. was, ohne. Von hier rein. Zurück. Es ist Sephiroth. Hu. H 봐요. Komm schon. Hahaha. Keiner sagt irgendwas zu ihm. Die nehmen das einfach so hin. Der Gegen Josef-State tries wirklich. Großkalimer. Oh, Waffe für Barret. Barretto. Ah, Lädt Feuerstoß auf, wenn ein Gegner in den Schockzustand versetzt wird. Okay. Nebel. Ja, die Mädels denken sich so, ja komm, dann ist der halt ein bisschen verrückt, was soll's. Deswegen, wenigstens sieht er gut aus. Sei mal, passt nicht mehr ins Inventar. Are you kidding me? Ich hab schon overcapped, was ein Item anbelangt. Wir sind da nicht aus dem ersten Gebiet raus und ich hab schon ein Item overcapped. Oh je. Oh, 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 oh Gott. Lass mal, ähm, lass mal die Party ein bisschen ändern. Ich hab schon so viel mit Aerith gemacht. Lass mal, gerade jetzt, obwohl er die neue Waffe bekommen hat, lass mal. Äh. Wir machen mal. Wir machen mal Barret und Tifa. Die denken sich wahrscheinlich, dass der von seinem Militärgedöns komplett Banane ist einfach. Und dass man nix sagen darf, sonst wird er vielleicht noch verrückter. Und rastet voll aus oder so. Und? Und? Jawohl. Da ist er. Die Schoko muss denken sich so, nope, fuck you. Wow, nice. Alter, ist das geil. Das sieht halt aus wie damals, aber halt tausendmal krasse. Wirksam Eis, okay. Füge ihr durch Ausnutzung ihrer elementaren Schwächen eine bestimmte Menge an Schaden zu, um diese Kreatur schockanfällig zu machen. Setze eine Synchrofertigkeit ein, um ihre Schockleiste sofort aufzufüllen. Oh. Nice. Was wir aber zuerst mal machen müssen ist... Das war auch der letzte Gegner, der mir gefehlt hat. Wir haben alle analysiert. Oh, wisst ihr, was ein bisschen doof war? Ich habe jetzt nur noch Cloud dabei, der Heimkant. Ja, ich glaube es ist meine turn. Extra Magazin. Ich habe etwas für dich gemacht. Bang, bang, bang. Okay. Bereit machen? Wozu bereit? Zwei-fach-Biss. Okay, ich block den. Eins, zwei. Nicht so gut geblockt. Zwei-fach-Biss. 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 Tiefe Alter, nur Feuer. Scheiße. Mach hier mal Chakra. Get back! Peter ist die Post-Traumatische Sephiroth. Trauma. Ja. Genau das hat er. Äh, okay. Sie, sieht sehr. Oh, oh. Keep your distance? Okay, okay, okay. Wow. Äh, ja. Sehr gut. Du bist bereit, die Karte? Alles gut. Ja. Du bist bereit, die Karte? Alles gut. Ja. 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 Zwei Abilities mit Tiefe mache. Können wir das einfach. Können wir das einfach machen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, ich glaub ich hab' sie befreit indem ich ne Fertigkeit benutze. Wuhh! Komm, mach nochmal Chakra und dann können wir simpel machen. Okay, let's go! Spiralsprung! Okay, schockanfällig. Wenn ich jetzt nochmal Eis mache, ist er glaube ich geschockt und dann können wir... Jawoll, dann können wir go machen. Er hat, er hat seine Waffen-Ability schon gelernt, what the fuck, im ersten Kampf direkt. Das ist nice. Wuhh, das ist so, was ich? Ja, ich hab das. Wuhh! 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 Wuhh, du musst gewinnen. Oh, die sind. Wuhh, das ist aber. DieseАlante其實 wird alltetsen. Dann initialieren wir den O Zur comum, so. Die Scheiße drinnen transformed euch hierher. Ey, kommen wir hier! Sie war perfekt. Er ist schwach gegen Eis. Alle die Musik. Geh Shiba, Geh Shiba, Geh Shiba, Geh Shiba. Trennen Siem. Er war. Ja, leider ist Cloud in dieser Timeline jetzt tot. Aber alles okay. Jetzt kommt Zack und dann spielen wir Zack anstatt Cloud. Flottgeister? Flottgeister, helft uns. Oh shit, Alter. Ist das jetzt etwa... Ist das jetzt etwa... Wie geil! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Das ist... Das sieht jetzt genauso aus wie das, was man im Original gesehen hat, als man da angekommen ist. Das ist... Wie geil! 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 Wie tief und zackiner密abhängig! Wie geil! Wie geil! Wenn du color managed tobs志, pastelsubringen! Ähm, ähm, ja, es gab da, es gab da so eine Handmassage und ich musste das aber tun tiefer, okay? Ich musste, ich musste die Premiummassage kaufen, ähm, weil, ähm, genau, meine Hände mussten zart werden für Don Corneo. Ich wusste, ich habe in der Zeit gearbeitet. Es ist schwer nicht zu lernen über die Leben, wenn du sie in es leben willst. Wir müssen dann ein paar Souvenirs holen? Hm, wir können, aber wahrscheinlich nicht wert. Shinra hat sich schon ausfügt, was mit mehr Durable Alloys für Jahre. Sie hat sogar diesen Signature Mithril-Sheen und alles. Wahrscheinlich auch mit Materia. Schau dich, Herr Shinra-Expert. Es ist halt auch so cool, dieser Soundtrack einfach, mit dieser ganzen alten Melodie, also halt jeder Track ist drin mit der alten Melodie, aber halt so krass einfach neu gemacht mit Orchester und allem drum und dran. Es ist einfach, es ist einfach nur mega geil. So, bevor wir jetzt in die Minen gehen, will ich aber vorher nochmal. Was wollte ich denn machen? Ach genau, hier. Das wollte ich nochmal abschließen hier. Ja, die haben das damals schon geplant, dass sie im Jahre 2023 und 2024 nochmal ein Remake davon machen, ja. Definitiv. Übrigens sehr cool, dass ich im Laufen, ich kann im Laufen den Schokobo rufen und weiterrennen und er läuft dann quasi direkt neben mich, während ich renne, sodass ich direkt aufsteigen kann. Das ist auch so, so eine Thai, Alter. Einfach gut. Um, ich kann nie zu pairien. Aha. Wobei. Verfehlt. Robuste Armreif Plus. Nice. Watch Also Bueno. 1. 1. 2. 2. Boom. Das war's. We did it. 100% Erste Region. Fucking nice. Es gibt noch so ein paar Vor-Air-Kämpfe, die ich machen könnte, aber das können wir auch nachher noch machen. Ich würde jetzt erstmal genau hier weitergehen in der Mine. Hat jemand mitgezählt, wie viele Stunden wir jetzt insgesamt gespielt haben für ein Gebiet? Es war schon eine Menge. Es waren auf jeden Fall über 10. Aber warte, ich habe doch hier eine Zeitanzeige. 13 Stunden für ein Gebiet, für das Erste. Fucking sick, ey. Oh, ist da noch eine Waffenkiste? Ne, das ist... Ah, das ist Upgradings. Upgradings. Ich sehe lila und denke direkt so, oh, neue Waffen. Da hätte ich gar kein Kissen benutzen müssen. Verdammt nochmal. So, im Angebot ist Supertrank. Ich glaube, ich gönne mir sogar wirklich ein paar, weil... Für 100 Gil, da kann ich nicht meckern. Und ich hatte sowieso sehr wenige davon. Das hier passt alles. Irgendwas Neues an Material oder so? Knochenarmreif. Ne. Den finde ich nicht so... Also ich tendiere, was die Accessoires anbelangt, tendiere ich sehr, sehr stark zu mehr physischer Defense als Magie. Weil es einfach viel mehr physische Attacken gibt. Seelenohrring. Er lebt im Kampf einmal automatisch wieder. Äh. No need. Genau, jetzt wo wir... Oh. Oh shit. Ich wollte schon sagen, jetzt wo wir 10 Punkte haben, können wir hier die Synchro mit Tiefe auch nehmen. Aber just in diesem Moment... Haben wir auch die nächste Waffenstufe anlockt. Hä? Was ist denn überhaupt Level 3? Das hier, ne? Ja. Ne, ich weiß nicht, ob ich die Attacke gut finde. Wobei, die wäre gut, wenn man, äh... Den Gegner gerade im Schockzustand hat. Da kann man halt einmal so voll aufladen. Erhöht Konterschaden in Offensivhaltung mit 10%, das ist auch gut. So, hier erstmal die Synchro mit Tiefe. Ich nehme an, dass ich mit Barret auch irgendwas mit Synchro nehme. Missions-Synthese. Sicher. Ich denke mir immer, mehr Synchro-Fertigkeiten sind immer gut. Weil die Dinger sind wirklich mächtig. Vor allem geben die mir ja auch mehr Affinity mit den verschiedenen Charakteren. Dieser tiefer... Beschwingter Schritt... Das ist eine Synchro-Aktion. Oh, ATB-Aufladung plus. Das wäre aber schon... Uh, ich glaube, das nehme ich. Ja, ATB-Aufladung plus ist... Das ist gut. ATB-Verbrauch von Waffenfertigkeit minus. Oh, wow. Also sie kriegt dann mehr ATB und benutzt auch weniger. Nice. Das ist gut. Red 13. Kann sein Eis verbessern, wenn er will. Synchro-Aktion. Synchro-Aktion. Mit Aerith und Tiefe. Ah, das ist dieses Doppeltelt besser. Das habe ich ja schon mit Barret. Was? Das hier ist ein bisschen mies. 3 MP mehr? Ich bitte dich, was? 3 MP? Das ist ja nix. Bei ihm weiß ich nicht so recht, was ich haben will. Ehrlich zu sein. Vielleicht hier die Aufladung von rachsüchtiger Wächter. Also seine Spezial-Ability, dass die ein bisschen schneller kommt. So. Aerith. Die hat sogar 20 Punkte zu verteilen. Uiuiui. Okay. Dann würde ich sagen... Ich glaube, ich verstärke Blitz. Und hole mir dann die Synchro-Fertigkeit hier mit Cloud. Hier ist auch noch eine mit Tiefer. Erhöht die magische Abwehr um 35? What the fuck? Äh, das ist eine Menge. Das ist verdammt viel. Oh wow. Genau. Ich meine, hier ist auch ein bisschen mehr Damage, aber 3% mehr Damage. Das ist irgendwie auch nicht so richtig viel. Ich könnte sogar... Moment. Wir machen das ein bisschen anders. Das ist einfach nicht richtig. Das ist eine kleine Übung. Also machen wir das. I betracht. Ich gl Ja. Das gefällt mir besser. Okay. Chatwin, nehmen wir ins Team. Wen wollt ihr sehen? Red? Wieder Red und Aerith? Die sind eh gut. Ein gutes Team. Die sind eh gut. Komm schon. Die sind eh gut. Ryuda! Bestimmt. Das stimmt, er hat ja damals in der Mine gearbeitet. Okay. Wir splitten unseren Schein sowieso auf. Na dann. Damit wurde mir die Entscheidung abgenommen. Ja, aufteilen ist immer die beste Idee eigentlich, die man haben kann. Das ist auf dich. Ich habe das. Bring it! Die! Das ist ein bisschen Weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, tiefer wird angezentakelt. Oh nein. Wie können Sie das tun? Oh, hier. Waffe. Süffenhände. Ah, endlich. Die Süffenhände haben sogar weniger Damage. Super. Geschicklichkeitsbonus für gegnerische Schwächen ausnutzen. Okay. Definitiv den Aufladebonus. Ich gebe ihr auch mal die Autospezialfertigkeit hier, glaube ich. Dann macht sie nämlich automatisch ihre Special Moves da. Das ist eigentlich gar nicht mehr so doof. Das ist voll okay. Ich überlege sogar, ob ich ihr eventuell... Ne, passt schon. Ne. Ne, ne, ne. Ich habe überlegt, ob ich ihr diese Auto-Magie-Material gebe, wodurch die KI dann automatisch auch Magie benutzt. Aber... Ich lasse das lieber, weil... Ich will lieber die Material da drin haben, die ich leveln kann. Speaking of blaue Material... FP-Boost. Das hätte ich natürlich sehr gerne irgendwo drin. Vor allem so früh, wenn du irgend möglich. Hm... Vor allem... Würde ich das sehr, sehr gerne für... sowas machen wie TP-Boost. Weil die Dinger waren in Remake sehr, sehr gut. Also der Unterschied an TP, den man mit den Dingern hat, ist halt richtig krass. Ich hab fast überall bei meinen ganzen Endgame-Builds zwei von diesen TP-Boosts drin, damit die Charaktere überhaupt mal so über 7000 bis bis 9000 HP haben. Weil ohne die gammelst du irgendwie bei 4000 rum. Das Problem bei den Dingern ist, die leveln super langsam. Also wenn ich die direkt von Anfang an mit so einem TP-Boost vielleicht betreiben kann, ist das eine ganz schön gute Idee. Pass auf, dann gebe ich ... ... ... Dann gebe ich tiefer jetzt mal die etwas höhere Glut. Und ... 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 Ich glaube, ich gebe ihr mal Feind-Technik. Dann haben wir hier FP-Boost. Dann muss ich Cloud, ich muss Cloud nur irgendwas anziehen, was einen Verbindungs-Slot hat. So, nehme ich nicht den robusten Arm-Ralf, dann geben wir ihm ... ... ... ... ... Ja, dann gebe ich ihm ... ... ... ... ... Eulenreif. Ja, dann tauschen die zwei nämlich die Dinger. So, dann kann ich hier hingehen. Dann kann ich jetzt da unten TP-Boost mit FP-Boost kombinieren und jetzt levelt das Ding viel, viel schneller. So, ich glaube, das passt. Ja, genau. Das macht halt wirklich extrem viel aus. Und gerade so viel Damage, wie gerade so die Endgame-Bosse machen und diese, vor allem diese optionalen Super-Bosse, da brauchst du halt wirklich mehr AP. Das heißt brauchen, also es ist auf jeden Fall angenehmer. Das macht schon einen guten Unterschied. So, die sind verbunden. Das sieht alles gut aus. Sie hat Glute. Sie hat alle anderen Elemente im P-Boost, Feindtechnik. Ja, ich, ich, ich mag es. Ich mag es. So laufen wir jetzt rum. Sehr. Gibt es hier noch irgendwas? Im Original hatte diese Höhle übrigens zwei Räume. Das war's. Einfach zwei Räume. Das war's. Das war's. Das war's. Wie schnell wir die töten. Gutes Gefühl. Oh, wer ist er denn? Big Boy. Ich geh mal erst da runter. Ich geh mal erst da runter. Ach so, man kann sich so an dem vorbeischleichen, aber... Please. Als hätten wir das nötig. Ich geh mal. Ich geh mal. Ich geh mal. Oh, Luft auf Level 2. Sieht aus, als wären wir jetzt schon dabei, unser ganzes Material auf Level 2 zu kriegen. Wenn Luft jetzt ein Level abhat, dann können die anderen auch nicht mehr so lange dauern. Guess I gotta. It's on you. Let me handle this. Ha, bingo, huh? So it's my turn? Focus. Hey, let me at her. There, first shot. I think that's over. I think that's over. Hello. So, was, wenn ich das Ding ganz da hinten hinziehe? Würde mir das irgendwas bringen? Wahrscheinlich nicht. Ich nehme an, so weit geht's auch gar nicht, oder? Ich bin ja schon ein bisschen neugierig. Okay. Wow, this place is huge. What's that? Hopefully, I'll take it out of here. Let's see. Let's see. Okay. Okay. Entschuldigung. Los geht's. Los geht's. Wollen wir da runter? Nein, da ist eine Truhe. Frage ist, lassen die uns da runter? Ja, wahrscheinlich schon. Und jetzt kommen wir nie wieder hoch. Die Gier hat uns mitgebracht. Du bist tot. Komm schon! Das ist alles. Es ist vorbei. Die Gier hat uns noch gewollt. So viel drin. All done. Oh Gott. Uga Uga. Schöner Content. Also Range. Analyse hat die nächste Stufe erreicht. Und der ist gerade komplett gerackt von links nach rechts. WTF? Das sah gut aus. So jetzt haben wir AOE Analyse. Ist auch schon mal gut. Gerade wenn wir in so ein neues Gebiet kommen, wo mehrere Gegner auf einmal neu sind. WTF? WTF? Das sieht ja wild aus hier. Ich frage mich wie es Barrett und Red geht. Was wir nicht wussten ist, dass hier im Remake Barrett und Red 13 genau hier sterben werden. Genau, dieser Mine hier. Ah, die Turks. Natürlich. Wie heißt die Elena, ne? Sie redet so anders, als ich sie mir damals mal vorgestellt habe. Ich habe sie mir weitaus Erwachsene vorgestellt. Ich habe sie mir weitaus Erwachsene vorgestellt. Mann, Tifa. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, random fight for no reason. Blitz ist gut gegen sie. Und gegen ihn, Wind. Gut, dass sie vor kurzem gerade eine Wind-Ability gelernt hat. Gut, dass sie vor kurzem Blitz gelevelt hat. Die Zahnfaust. Unblockable. Okay, Kegel nach vorne. Okay, Wind, 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 Wind. Hat er nicht. Hat er nicht. Wind, 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 Wind. Wind, Wind, Wind. Sie hat die Ability auch schon gelernt. Ey, das finde ich super, by the way. Ähm, man merkt schon direkt, dass die Abilities hier in dem Spiel weitaus schneller zu lernen sind als im ersten Teil. Wind-Elementarer magischer Angriff, oder? Ne, komm, wir machen Errora. Errora? Ich habe das. Ich habe das. Nein, dann schlagen wir ihn weg. Scheiße, bleib! Selber Bitch. Ich habe das. Ich habe das. Hier kommt er. Komm! komm! SYNCHRO! Oh, FURIOSE VERFOLGUNG oder SPIRAL-SPRUNG? FURIOSE VERFOLGUNG! Auf... Alene! Hohoho! Oh mein Gott! Alles gut, Schatz, sie lebt noch, okay? Sie lebt noch! Hahahaha! Jesus! Geh ihm HELL, RUDE! Was, will die erformen? Wir müssen mit der Mädchen erst. Oh oh. Äh, wir sind alle gestunt. Okay, ich glaube wir müssen ein bisschen was heilen. Ich habe gerade eine super Poshu gewessen. Nein, eben. Alles klar. Junge, ich will was machen. Ich will was machen. Keine Weise. Komm schon! Hey! Du bist fertig! Geh in! Ich werde es enden. Ich werde es enden. Oh mein Gott. Jetzt ist unsere Chance. Komm schon. Du kannst es tun. Will ich eine Phönix-Feder? Nee, komm. Eine Phönix-Feder ist mir zu schade. Nur ein bisschen. Visions-Synthese. Ich bin gespannt, was es bedeutet. Zeitlich begrenzte dritte ATB-Einheit. Achso, ich verstehe. Nee, okay. Ich verstehe. Ich muss mich etwas weiter pushen. Ich verstehe. Jetzt haben wir drei ATB-Balken. Ziemlich sick. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. So, und jetzt vernichtet ihn. Vernichtet ihn. Vernichtet ihn. Ich verstehe. Oof. Hands in the air. Right now. Better keep that toy where I can see it. Unless you want a hold in your head. Now then. You all got a lot to answer for. A lot of blood on your hands. You need someone to blame. Okay. Okay. I suggest you look in the mirror. For us, however, things have changed. While you're still wanted fugitives, if you stay out of our way, we'll stay out of yours. Oh, yeah? Oh, shit. Take care of Aerith for me. Hm. Elena. Ha. Alter. Red Transin. MVP. Oh. Wir fallen mal wieder irgendwo runter. Verdammt, nochmal. Das müssen wir uns echt abgehören. Just gonna float there. Hahaha. Wir schmuck. Where are the others? You okay? We're good. Just taking a quick dip to get the crime off. We'll find one. We'll meet you at the exit. Okay. We'll meet you at the exit. Okay. Okay. Hmm. Hmm. Hojo's lab was filled with men like this. Mako poisoned. Every last one of them. For sure. Poor bastards. What do you think their deal is? Where are they going? They're following Sephiroth. Ja, stimmt. Barretts Interaktionen. Das kennen wir ja schon. Okay, Alter, let's go. Barret und Red. Bäm, 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 bäm. Wow, das geht so viel schneller als ein Remake. In Remake muss man ewig auf so ein Ding drauf schießen, damit es kaputt geht. Jetzt geht das echt flott. Oh, neue Waffe. Für Red natürlich. Ich glaube, jetzt hat jeder seine zweite Waffe bekommen. Halsband der Rebellion. Geschicklichkeitsbonus bei Gegnern niederstrecken. Okay. Das sollte wohl nicht so schwer sein. Oh, meine Frau. So. 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 Knochenarmreifes runter gesetzt. Bin ich aber kein Fan von. Voller HP haben wir auch. Ich bin sauer. Schießt direkt die ganze Höhle ein. Ich brauche meine Hilfe, möchtest du? One shot at a time. Bang, bang! Keinehreifes jetzt! Special delivery! Bring it home! Wo sind meine Belohnungen? Ich mach mal hier für den Kampf, mach ich mal Red als Anführer und ich will auch diese Neue Ability, will ich mal auf, genau wie das. Okay, wie sind wir hier raus? Ich bin hier raus, das ist eine Möglichkeit. Ich bin hier raus, ich bin hier raus. Von da bin ich hergekommen, oder? Ne, bin ich nicht. Hallo? Special? Special extra? Ich sollte, by the way, ich sollte auch Analyse irgendwo equipen. Hier Stadtgebiet. Alles zerstören. Ich bin hier raus. Pudding! Feuer ist gut. Hier bist du. Pädagogisch. Ich habe dich. Jetzt. Mit dir. Ich habe, es ist vorbei. Wir nehmen halt so gut wie kein Damage von physisch. Und natürlich habe ich bei keinem irgendwelche Magic gekippt. Das ist super. Aber, vielleicht geht das ja. Ist das Magie? Jawoll. Okay. 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 Hier hinten ist definitiv noch irgendwas versteckt. Ja, wusste ich es doch. Ach, ist das cool gemacht auch. Im Original gab es nämlich auch so einen Raum, in dem auch eine magentafarbene Material rumlag. Und die war auch oben auf so einem. Ah, ist das gut. Das ist so gut, Mann. Liebe euch. Ich glaube, das ist sogar genau die. Ja, es ist... Keine Ahnung. Das ist halt... Ich stelle mir das echt so vor, wie die Leute da wirklich nochmal das Originalspiel halt komplett durchforsten. Und wirklich so auf jedes kleine Detail achten, weil sie halt wirklich den ganzen Die-Hard-Fans, weißt du, einfach was Gutes tun wollen. Das ist einfach so cool. Alter, ich weiß, das ist voll cringe, aber ich bin mal ganz ehrlich mit euch. Ich habe gerade so ein bisschen Tränen in den Augen. Weil es einfach so gut ist. Oh Mann, ey. Ich weiß, es ist nur ein fucking Videospiel, aber... Keine Ahnung. So viel Erinnerung und so viel... So viel Gutes einfach gerade. Merci. X5 Entschuldigung, antwortet mich! Der Wind ist hier! Ich bin der Wind! Ich bin auch der Hmall! Ich kann den Scheidern nicht meetingsleben, verkennen Sie! Was war bei dir bei Ragnarok so? Ja, die Story fand ich auch cool. Wobei, da haben sich auch wieder Leute aufgeregt, so von wegen, ich fand den Kratos damals besser, als der alles einfach nur gekehlt hat und ich hinterfragt hat. Und ey, warum muss denn das jetzt so ein Weiner, so ein Weiner sein? Ach Leute, ey. Barrett ist schon ein Giga-Chat, mit einer Hand, mit einer Hand geht er da hoch. Warte, zwei Wege. Geh. Gah. Geh. Gah. Geh. Geh. Ja. Na, keine Ahnung. Also ich meine, ich kann auch irgendwo die Leute verstehen, dass die halt damals... Es gibt da Leute, die wollen ein Spiel einfach nur spielen, um den Alltag zu vergessen und finden es dann halt geil einfach so, ohne groß sich Gedanken über irgendwas zu machen, einfach Sachen kaputt zu kloppen. Und ich kann das auch irgendwo verstehen, aber ich persönlich bin halt eher so ein Fan davon, wenn sich Charaktere halt wirklich auch entwickeln und irgendwie dann vielleicht auch mal drüber nachdenken, was sie da so tun und getan haben und so. Deswegen gefiel mir die, ähm... Die Story von den neuen zwei God of War Spielen gefiel mir sehr gut. Aber letztendlich ist es halt so, jedem das Seine, ne? Also ich will das auch gar nicht verurteilen. Wenn Wenn man nicht sagt, ne? Du, du bist ein Trottel und ich hab recht. Okay, irgendwie komm ich da nicht hoch. Gut, dass Red es mir vormacht. So, wir sind wieder oben. Laut. Tiefo. Luris. Boah, sieht das geil aus hier mit dem Licht. Fucking nice, ey. Und dann noch der brennende Schwanz. Junge. Look at this. Super geile Lichtverhältnisse. Habe ich den schon analysiert? Habe ich nicht. Jetzt hab ich. Der Arschtrache. Hat genug? Ich muss gucken, dass ich die Gegner mit Red 13 und seiner Sichelklaue da niederstrecke. Damit er die Fertigkeit lernt. Ja. Ah, ich sehe rechts Gegner, links Kiste. Ah, ich sehe rechts Gegner, links Kiste. Oh, fünf Ungeheuerknopfe. Fertigkeit gemeistert, let's go. Die Kampfmusik, wie es halt quasi so ein heavy Remix ist von dieser normalen Gegensmusik in der Höhle. So, geil. Die Qualität von dem Spiel ist einfach crazy. Also, das ist... Ich weiß auch nicht. Für mich ist das hier gerade so was, äh... Das hier ist für JRPGs für mich gerade das, was Ballus G3 für, äh... Classic RPGs war. Einfach so ein Spiel, was einfach so over the top gut ist im Vergleich zu allen anderen. Dass du das eigentlich fast nicht glauben kannst. Ich weiß es nicht. Also, es kommt wirklich drauf an, wie der Gewinn auch aussieht. Also, was mich halt auch interessieren würde, ist, wie viel die wirklich Gewinn machen an den Spielen hier. Weil es ist ja definitiv extrem viel Geld ausgegeben worden, um die überhaupt zu machen, die Spiele hier. Weil sonst wären die ja nicht so krass. Und ja, ich hoffe natürlich, die verkaufen sich mega gut. Also, mir wäre tatsächlich am liebsten... Ich würde nicht mal unbedingt was von FF9 brauchen, weil ich finde, dass der Artstyle da sehr strange wäre in moderner Grafik. Weil da waren die Charaktere ja sehr Comic-mäßig. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Also, ich wüsste jetzt nicht, wie man das irgendwie so mit so moderner Grafik wirklich gut darstellen könnte. Also, was ich mir am meisten wünschen würde, wenn sie nochmal so eine Art von Remake machen, wäre eins für Final Fantasy VI. Tatsächlich. Weil ich finde, dass das Spiel, das ist neben VII, ist das mein liebstes Final Fantasy. Ah, ich muss hier die Schienen am stellen. Am stellen. Und danach, also tatsächlich, auch wenn meine Meinung da so ein bisschen auseinander geht mit den meisten Fans von Final Fantasy... Äh... Tatsächlich würde ich mir eher eines von 8 wünschen, als von... Von 9 und 10. Äh, ich finde, 10 hat an sich eigentlich schon... Sowieso ganz gute Grafiks, so, für die Zeit. Vor allem gab es da ja noch so eine HD-Remaster. Und 9, naja, wie gesagt... Ist halt der Artstyle so ein bisschen ganz anders. Aber ja, 6 und 8 wären so meine Favorites. Ganz ehrlich, ich bin schon mit dem hier zufrieden. Also, mehr als zufrieden. Ich hätte nicht erwartet, dass es wirklich rauskommt. Ich hätte nicht erwartet, dass es rauskommt und so gut ist. Und, ja... Meine Wünsche sind jetzt schon alle erfüllt. Ja, klar. Das ist definitiv richtig. Das war auch so meine Hoffnung, die ich hatte. Weil, die haben ja sehr viel... Arbeit in Remake allein schon reingesteckt, die... Die, äh... Die Engine da ordentlich zu machen. Und überhaupt die ganzen Assets halt. Mit denen die auch... Und die Tools, mit denen die halt die... Die Maps kreieren und die Szenarios und so weiter. Und das hatten sie halt jetzt schon. Für das Spiel. Und... Die Sache ist halt, die meisten Entwickler... Die meisten Entwickler würden in dem Fall sagen... Ja, okay. Dann machen wir uns jetzt einfach weniger Arbeit... Und kriegen nochmal genauso viel Geld. Anstatt, dass sie sagen... Jo, wir investieren jetzt nochmal genauso viel Arbeit darin. In neue Sachen quasi. Und benutzen halt das, was wir schon haben. Und machen das zweite Spiel einfach weitaus größer. Meistens ist das nicht der Fall. Deswegen, also sehr vorbildlich von denen auf jeden Fall. Ich habe nichts von mir. Ich habe nichts von mir. Das ist ja ein gutes Beispiel zum Beispiel. Dark Souls. FromSoft. Die Spiele sind super. Don't get me wrong. Und ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt. Aber die Spiele sind alle super. Ich finde die ja auch klasse. Die machen richtig viel Spaß. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist. Die Mehrarbeit, die die da teilweise reinstecken. In so ein Sequel. Also. Die benutzen halt teilweise wirklich die gleichen, äh... Die gleichen Texturen. Die gleichen Animationen. Einfach Recyckel von alten Bossen. Und teilweise auch genau die gleichen Bosse nochmal. Es ist trotzdem geil. Aber nur so im Vergleich, ne? Du denkst, du kannst uns eine Hand geben? Hm. Lass mich sehen. Ja, genau. Das Ganze, das Ganze, die, die Schokobo-Sachen hier sind ja auch sehr stark aus FF16 rausgeholt. Die haben das schon sehr gut gemacht. Hilarious. Ah, man kann einfach die Leiter runterschließen. Okay. Natürlich. Das Ganze, das Ganze, das Ganze, das Ganze, das Ganze. Ja, das Ganze, das Ganze. Ein weiteres! Das Ganze. Ich komme mit dir! Keine Zeit, um zu verlieren. So, wie kriegen wir denn das Tor hier? So. Ich nehme fast an, dass ich den Wagen hier hinstellen muss, damit das Tor nicht mehr runter geht. Gucken, ob ich da richtig liege. Ja, das ist natürlich auch machbar. Genau, dass die da die Arbeitskraft einfach in andere Projekte auch mit reinstecken. Ich meine, solange die Leute ja zufrieden sind, ist ja alles gut. Und wie gesagt, das ist ja auch eigentlich eher so der Standard der Branche. Dass man, also wenn es gut gelaufen ist mit dem Spiel, dass man da ein Sequel halt macht, was relativ ähnlich ist und gar nicht so viel Mehrarbeit wirklich verursacht. Ich schiebe die Logo über den Rand. Okay. Lag falsch. Oh, wie komme ich denn dann da hinten hin? Vielleicht durch die andere Leute dann? Ja, das finde ich auch immer cool, wenn die nochmal so ein DLC rausbringen. Ähm, umsonst einfach. Weil es gut gelaufen ist und sie den Leuten vielleicht nochmal danken wollen oder so. Leider auch nicht der Standard. So was ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es gibt sogar das genaue Gegenbeispiel. Das kann ich dir auch geben. Äh, Kingdom Hearts 3 DLC. Total lächerlich. Also der DLC war fast so teuer wie das normale Spiel. Und war halt auch nur so ein paar Data-Fights. Da dachte ich mir auch so, ihr wollt mich doch verarschen oder? Es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Aber preislich gesehen war das eine Frechheit. Also ganz ehrlich. Vor allem so wie, naja. Kingdom Hearts 3 war jetzt auch nicht unbedingt das geilste Game überhaupt. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich will in diese Tür da rein. Wie geht das? Ich will die mit Teary. Vielleicht später. Ich glaube der Kingdom Hearts 3 DLC war glaube ich 35 Euro oder so. Wenn nicht sogar 40 Euro. Für einen DLC der halt auch nur, also wirklich nur so ein paar, so ein paar Boss-Fights war eigentlich. Das sind halt... Weil mir so viel Kritik wie es hat gegeben hat für das Spiel. Da hätten die ruhig schon mal sagen können. Ja komm. Dann geben wir euch wenigstens nochmal so einen richtig geilen DLC halt mit. So als Entschuldigung. Aber ne. Einfach nochmal richtig viel Geld dafür verlangt. So 35 Euro für so ein DLC ist das ist schon sehr grenzwertig. Also ganz ehrlich. Weil letztendlich bin ich ja auch der Doofe und hab halt dafür bezahlt, weil ich schon zocken wollte. Aber ich find's trotzdem frech. Ja. Ich weiß auch nicht, ob sie da nochmal rauskommen. Also ich würde es mir wünschen. Weil ich... Ich fand Kingdom Hearts 2 war einfach so geil. Das hat so gebockt und hatte so coole Ideen. Und das hatte 3 leider gar nicht mehr. Wir sind im Geschäft. Danke. Ich mag es. Ich... ich muss auch zugeben, ich war ein bisschen sauer, dass es auch keine Final Fantasy Sachen mehr gab. Das hatten sie ja komplett rausgenommen aus Kingdom Hearts 3. Es gab keine Final Fantasy Sachen. Und das war für mich damals... Ich wette da bin ich auch eher so in der Minderheit. Für mich war das damals... Eher Grund es zu spielen, als die Disney Charaktere. Ich glaube nicht, dass wir es von hier öffnen können. Siehst du einen Button oder einen Lager? Einen Sekunden! Und die Zukunft für Disney-Kram sieht halt auch nicht mehr so geil aus, finde ich. Weil Disney hatte jetzt dieses... Also ich fand es halt schön, diese ganzen alten Zeichentrick-Sachen. Weißt du? Noch handgezeichnet. Diese Welten halt zu erleben in so einem 3D-Game. Das fand ich sehr cool. Aber das wird es ja jetzt auch nicht mehr geben. Weil jetzt ist ja alles hier so... Die ganzen neuen Disney-Sachen, die sehen ja alle so gleich aus irgendwie. Die haben ja alle dieses neue 3D-CGI-Gedöns. Wo ich finde, dass vor allem die weiblichen Charaktere immer gleich aussehen irgendwie. Das ist ein bisschen schade. Oh! Das sieht doch aus als würde dieser Brocken hier in der Mitte gleich zu einem Boss werden. Irgend so ein Golem oder sowas. Ich könnte mir fast vorstellen, dass der eventuell gegen Luft schlecht ist. Ja, genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Die haben alle dieses Face mit diesen riesigen Augen, dieser kleinen Stupsnase. Und dadurch sehen die halt automatisch schon ziemlich identisch aus. Oh, shit. Oh, shit. Ich weiß ja nicht was ihr wollt, aber der Kopf geht doch ganz gut down. Das ist doch alles gut. Also, wirksam ist tatsächlich Gewitter. Ich habe es fast schon geahnt, weil wir gerade eine Gewitter-Materia gefunden haben. Äh, diese Kreatur ist resistent gegen physische Attacken, kann jedoch durch Angriffe auf den Kopf schockanfällig gemacht werden. In diesem Zustand nimmt sie auch physischen Schaden. Okay. Also, auf Kopf gewittern. 얇' die Kreatur. Ah, lass die Kreatur cremation haben. Herr Dirk. Herr Dirk. Die Kreatur wird Man, die Ability ist so gut. Gerade wenn sich die Gegner nicht da rausbewegen. Das ist eine Menge Damage. Weiter Blitzy? Ich weiß nicht, ob ich viel Blitzy machen soll, weil so ultra viel... So ultra viel MP hat Barrett nicht. Deswegen nutze ich es wohl lieber aus, dass ich auch physischen Damage machen kann. Oh, Synchro? Sprunggeheuer. Das ist ein cooles Wortspiel. Okay, ich sollte vielleicht warten, bis der Kopf wieder da ist. Sprunggeheuer auf den Korb. Nice. Oh-oh. Alter! Okay. Er hat Titan, ne? Er hat Titan. Er hat Sheeran. Welcome. Perfekt wäre jetzt natürlich Ramu. Aber wir nehmen einfach mal die Eis-Wall-Puch. Laser? Wieso hat er Laser... Jesus. Rechte Arm. Ich gehe mal zuerst auf den rechten Arm, weil ich denke, dadurch... ...wenn ich den kaputt kriege, sind vielleicht seine Eintröfe alle geschwächt. ...aber ich weiß nicht, wo ich lasse. Ich habe nie gewonnen. Als er nie sahen. 1-2-3-3-3-4-3-4-4-3-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6x-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6. Nice. Arm ist kaputt. Rücken zerstört. Jetzt fühlt er sich wie ein alter Mann. Getriellehammer. Nope. Du Mist. Limit Break. Katastrophe. Jawohl. Oh. You guys. Synchrofertigkeit wieder. Visions-Synthese. Nice. Jetzt haben wir drei ETB-Balken. Mach ich direkt mal einen Strahl. Hopp. Schockpotenzial groß? Perfekt. Äh, geil. Damit ist er jetzt wahrscheinlich geschockt. Ja. Findeschön. Bam. Schön. Was für ein Zufall. Ich könnte jetzt nochmal zurück gehen. Ne, kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht nochmal zurück gehen auf die Bank, aber ich komme da nicht mehr hoch. Wahrscheinlich ist hier eh wieder irgendeiner in der Nähe. Vielleicht. 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 Ja, da unten. Achso, wir sind jetzt. Ah, wir sind hier. Wir sind hier. Okay. Okay. Wo die anderen vorhin oben waren. Ja, ich weiß, sie hat es geöffnet. Ich wollte es nochmal schließen, okay? Darf ich aber nicht. Da sind sie ja. Hallo. Gut. Ich bin nicht mehr. Aber nicht vergessen. Schindler weiß, dass wir hier sind. Vielleicht mehr von ihnen aus. Das macht nichts anderes für mich. Ich bin nicht unterhalten. Für ihnen, oder für jemanden. Nicht nach Midgar. Nicht nach dem, was wir gesehen haben. Wir alle wissen, was hier steht. Der Geist des Welt. Also, wenn sie in unsere Richtung gehen, das ist auf sie. Genau. Wir gehen zurück zum Teilen der Leute in Rohe. Sie sind unsere beste Chance für zu finden Sephiroth. Schwingen. Schwingen. Die Tickets kommen an. Let's go, man. Die Tickets kommen an. 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 Hast du quasi Vorverkaufsrechte für das Konzert in München? Die denken sich so, ja okay. Also wenn der jetzt schon Geld ausgegeben hat, dann... Ah, Eisenerz. Ah, das Eisenerz ist auch schon gemaxed. Gibt es hier irgendwas mit Eisenerz, was ich craften kann? Wenn möglich, irgendwas Neues. Zum Beispiel den Seelenohr. Das war aber ein anderes Erz. Hochleistungsreif. Schutzwürste. Magischer Ohrring. Meditation. Zack. Hochleistungsreif. Bam. Upgrade City. Rubin? Ja, okay. Oh, no. Jo, ich würde sagen, das war schon mal gut. Für das Ding brauche ich nochmal eine Quetzal-Köffelkralle. Vielleicht gehe ich nachher dann da hin und leg den einfach nochmal um. Wie findest du das Remake bisher? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich bin einfach nur von Grund auf begeistert, weil ich nie erwartet hätte, dass es so gut ist. Meine Erwartungen waren halt schon hoch. Und es ist komplett am Erwartungen übertreffen. Non-stop. Ich habe jetzt schon 13 oder 14 Stunden gespielt und komme gerade erst aus dem ersten Gebiet raus. Und es ist nicht crindy oder so, es ist non-stop variierender Content. Also, es ist crazy. Ich glaube, München wäre mir ein bisschen... Oh Gott. Da ist Yunon. Oh mein Gott. Ich kriege die ganze Zeit so ein so ein Nerdgasm einfach so. Nach jeder Stelle. Wenn ich was Neues sehe. Ich glaube, München wäre mir ein bisschen zu weit weg. Das wäre schon eine größere Sache. Aber danke. Oh. Okay. Oh mein Gott. Er kommt nicht zurück. Ja, Distant Worlds wird auf jeden Fall gut. Ist das... Also, ich weiß da schon so ein bisschen, was da abgeht. Das ist ja wirklich aus allen verschiedenen Spielen noch Musik. Das ist halt nochmal was besonders cooles dann. Beginn einer neuen Ära. Wie crazy das jetzt schon aussieht. Ich bin hier aus der Distanz. What the fuck? Oh, Phönix. Das sieht ja so fett aus mit der Kanone vorne, Alter. Ich habe direkt so die Szene im Kopf, wo dann hier die Weapon aus dem Wasser kommt und diese diese Kanone... Die ganze City, Alter, so Transformer-mäßig transformiert sich die City, um diese Kanone abzufallen auf die Weapon. Alter. Das ist ja so fett aus dem Wasser. Ich weiß gar nicht, ob die Weapons, ich frage mich halt, ob diese Zusatz-Weapons, die wir ja in der europäischen Version haben, ob die auch wieder drin sein werden. Die gab es ja in der originalen japanischen Fassung, gab es die nicht. Das war quasi Bonus-Content für uns im Westen. Wir hatten da nämlich gar keine Super-Bosse. Die japanischen Version. Riesig, das ist mir. Ja, wo ist die Bank? Zeig's mir. Du läufst im Kreis, Junge. Warum eigentlich? Was warum eigentlich? Warum es die für unsere Version gab? Ich glaube, die wollten uns einfach so eine extra Challenge geben. Das ist alles. Dass das Spiel nicht so easy ist. So ein paar Sachen hat uns das aber auch erleichtert. Nämlich sowas wie den goldenen Schokobo. Den haben wir bekommen. Also wir mussten den ja nicht unbedingt züchten. Wir haben den ja auch bekommen, indem wir Ruby-Weapon besiegen. Und äh... Was gab's denn Sapphire nochmal? War Sapphire nicht ne große Materia oder sowas? Die hast du ja ansonsten hast du die ja auch nur bekommen, indem du ähm... ...wirklich jede Materia von einer Farbe auf das maximale Level gebracht hast. Und dann äh... ...zu Bugenhagen halt in den Cosmo Canyon da gegangen bist damit. Und dann hast du eigentlich ne große Materia bekommen. Wir haben die quasi auch einfach dafür bekommen, die Weaponskörper zu holen. Wo geh ich eigentlich gerade hin? Weil das führt ja eigentlich von Yunnan wieder weg. Da ist aber auf jeden Fall noch ein Turm. Und ein riesiges fucking Schiff. What the... Wir aktivieren mal den Turm und gucken, was es dann so gibt. Äh... ja. Ich muss wieder die Materia wechseln. Wir wollen weiter analysieren. Wem hat der dich getauscht? Jetzt äh... Cloud, ne? Cloud... Genau das Gebiet. Das ist schon oft gut. Und fügt. Ich brauche mehr Materia-Slots. Hallo! Ah, die sind schwach gegen Wind. Das hätte ich nie erwartet. Ja, vorbei. Der fehlt. Los geht's. Dann geht's. Ja, die sind schwach. Ja, die sind schwach. Ja, die sind schwach. Ich bin schwach. Okay, es gibt nur einen Kampf hier. Da werden bestimmt noch weitere Sachen anlockt. Oh! Ah, das Schiffswrack, natürlich. Da oben soll irgend so eine Proto-Substanz sein. Und da hinten ist aber noch ein Fight. Ich glaube, ich mach den Fight mal auf zuerst. Oh, dicker Vogel. Okay, schockanfällig machen, schocken und erledigen. Wenn du diesem Ungeheide eine bestimmte Menge Schaden zufügst, greift es mit Beutesturz an. Weiche diesen brutalen Angriff aus, um es schockanfällig zu machen. Okay. Wow. Okay. Was ist das? Was ist das? Ich habe einen Schaden, weil ich nicht die Schaden zurückkommt, um eine Schaden zu sein. Was ist bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir sind 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 bereit. Okay, so können wir das? Shut the fuck up! Ich glaube in dir. So. Schocken. Das könnte ihn aber killen. Ja. Okay. Ich habe ein bisschen zu viel Schaden auf einmal gemacht am Ende. Dann halt nochmal. Jetzt habe ich natürlich weniger MP. Ich glaube in dir. Ich glaube in dir. Okay. Nein. Ich habe es nicht gedodged. Mann mach deinen blöden Beutesturz. Ich habe es nicht gedroht. Ich habe es nicht gedroht. Ich habe es nicht gedroht. Da. Du hast es. 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 Und geht. Ist das alles? Was trötet ihr wahrscheinlich wieder? Oder? Ne? Vielleicht macht das jetzt? Das ist es! Someone! Anyone! Wir brauchen Hilfe! W-Wait! Finish him off! Can't say I'm surprised! I think we're almost done! Gotcha! This one's for you! I have you! It's over! One more shot! Come at me! Mach doch halt mal dein Dings! Tu es! Get him! Make way! Ah! 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 Dammit! Enough! Think of nothing! Ah! That's it! Ah! 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 Was ist das denn? Geh' weiter. Ich will sie sich anziehen. Du wirst sehen. So lange. Rats eliminiert. Nächste Mal sehen, ob du auch alle die Objekte auslösen kannst. Ich kann, achso ich habe noch keinen Schokobo. Oh. Ah, man muss für jede Region muss man einen anderen Schokobo fangen. Okay. Und schnell reisen kann ich auch noch nicht. Hä? Vielleicht ist es sogar am einfachsten, wenn ich mit Aerith spiele und einfach Wind caste. Weil das macht ja direkt viel Damage bei denen. Sie ist halt nur nicht so schnell im Ausweichen, deswegen. Dachte ich, das wäre keine so gute Idee. Äh, wo ist die Bank? War die nicht hier? Spinnig? Oder war die da? Ah, da. Du kannst auch Wind casten? Wow. Wind mit Gift. Ah. Ah. Also furzen. Ah, okay. Also Schnellreise und Schokobo sind quasi das Gleiche. Ja. Äh, wo kriege ich denn jetzt einen Schokobo wieder her? Warte, da unten sind Schokobos. Oh, da sieht ja... sehr... sehr... besonders aus. Der sieht definitiv aus wie so ein Gabe. Ja. 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 Oh, genau. Ja. 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 Na klar. Ein grüner? Wir erinnern uns an die verschiedenen Schokobo-Typen im Originalspiel. Der grüne Schokobo konnte über Berge gehen. Der blaue, der hellblaue, konnte über Flüsse gehen. Da gab es noch so einen dunkelblauen, der konnte über Ozeane. Da gab es einen schwarzen, der konnte quasi... Der goldene konnte alles, und der schwarze konnte aber auch verschiedene Sachen zusammenbauen. Das stimmt, fliegen konnten die nicht. Ich glaube, so. Oh. Das Kerl! Das Kerl! Ich mache es nicht für ihn, aber ich mache es für die Schokobos. Das ist, was sie gesagt hat. Holen wir uns mal den Turm hier. So, die sind schwach gegen Eis. Das ist, was sie gesagt hat. Der goldene konnte doch fliegen? Nee. Nee, nee, nee. Den goldenen hast du gebraucht, um zu Knights of the Round zu kommen. Also zu Ritter der Runde der krassesten Beschwörung. Der konnte auch nicht fliegen. Glaube ich. Weil du brauchtest wirklich den goldenen, weil diese Substanz, die war auf einer Insel, im Ozean, die umgeben war von Felsen und in der Mitte war Wasser. Du konntest da halt nicht mit dem Flugschiff landen deswegen. Und du brauchstest halt den goldenen Schokobo, weil der halt über Ozeane konnte, über Berge und über Flüsse. Ich glaube, der blaue konnte über Flüsse und Berge, aber nicht über Ozean. Äh, der, der, der schwarze. Now recruiting. Ja gut, dann holen wir uns erstmal den Schokobo, oder? Weil, äh, fast traveling wäre schon cool. Berg Schokobo, ja. Da steht es schon, da steht es schon gar. Spoiler, Spoiler. Oh, da. Oh, sie ist schwarz. What the fuck? So, wie komme ich denn bei euch am besten vorbei? Oh, das ist so. Oh, das war's. Oh, ich bin bei euch. Oh, das ist so. Oh, ich bin bei euch. Wie komme ich denn an dem vorbei? Schaubeck, 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 Schaubeck. Ah, okay, das ergibt mehr so. Wie er guckt, alles ganz normal, keine Angst. So, ein paar Steine zur Ablenkung. So, ein paar Steine. So, ein paar Steine. Ah, okay. Ja. Ja. So, ein paar Steine. Okay, da ist unser Schokobo. Oh, okay. Ich dachte, er geht in die andere Richtung. Fuck. Oh je. Nein, hast du nicht. Okay. Okay. So. ULtraStrelfMaster, Alter. Kann sich Solid Snake noch ne Scheibe abschneiden Oh der sieht cool aus, ich mach den Schokobuch Boah wie, boah wie das alles idiot, was Bergschubbugs können mit ihren starken Beinen äußerst stahle Hänge erklimmen und hinuntersteigen Und jeder hat natürlich jetzt einen Voll das seltene Ding, weißt du, jeder hat einen Ja der guckt ihr ne, der guckt ihr Du weißt nix zu sagen dazu War easy Den müssen wir natürlich direkt wieder einkleiden mit unserer Montur hier Alter sieht der nicht fucking elitär aus jetzt Skorpionhelm Ich glaube ich kaufe die alle, wenn ich genug Feeder dafür habe für das komplette Set Wir können auch den Fight gegen Phönix machen Aber ich nehme an, der ist jetzt auch wieder übertrieben stark und wir haben keine Chance Easy win, ja Ganz sicher Genauso wie Titan Das coole bei den Esper-Fights ist halt, du kannst die auch nicht überleveln oder so Weil die Stufe wird automatisch immer gesynkt auf deinem Level Achso, die zeigen auch Okay, okay Hier haben wir noch was Oh, okay Hier haben wir noch was Äh Ja Tada Ah, da. Hier kommt es. Das ist es. Nicht überraschen. Hier geht's. Okay. Das klappt. Los geht's. Warum nicht? Los geht's. Oh. You ready? I'll show you what I can do. Watch out for high winds. One more. You've got this. Follow me. You've got this. You've got this. You've got this. That's it. You're not going in. Here it comes. Cosmos, answer me. Finish it. Nice. One more shot. Der war ja schwach mit dem Eis nach oben. Ich trottel. You need a breather. You're sure. Come on. That's it. Take this. A legend made that a mess. With me. Lead the way. So it's my turn? It's over. Huh. 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 I'll put down. Too much? Huh. 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 Noice. Oh. TP Boost Level Up. Sehr gut. Hm. Nothing to do. Wow. Feind Technik Plasma Entladung. Oh. Das war die Attacke von dem. So ein Fernkampf Move. Das ist nicht verkehrt. So. Dann haben wir die normalen Kämpfe jetzt erstmal alle abgeschlossen, die wir haben. Ja. Für die neuen brauchen wir natürlich mehr Gegner aus Junon. Wobei, da haben wir noch ein paar Sachen. Ja, die sind auch neu. Oh, da gibt's provozieren. Oh, und Erstschlag. Oh, das... Das sind alles so Materials. Die sind echt gut. Die sollten wir uns auf jeden Fall noch... noch gönnen hier. So... Also, ich auf jeden Fall noch mal. Und jetzt maps es einfach mal, um... jetzt geht es Jaime... Oh und ich auch noch mal. Oh, das ist ja öfter. Ok, das ist ja. Es ist auf jetzt! Probieren wir das! Wir machen das! Jetzt ist unsere Chance! Let me see! Someone looks kinda shaky! Kannst du überstehen, Sonja? Keine Ahnung! Nix da! Hier wird nicht geheilt! Vergiss es! Du 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 du! Jetzt! Hier ist es! Ich komme! Entschuldigung! Entschuldigung! Das war schnell! Das war schnell! Ich habe nicht geschaut wie viele Kämpfe es sind! Aber sollte ja passen! Aber das ist wahrscheinlich er, das ist der Letzte! Geist habe ich! Gut! cos Ok, ich zeige! Ja! Ach, komm. Ja, folge meinen Weg. Scheiß Frosch, ey. Darauf habe ich gewartet, dass der Typ Eis wird. Hallo Kampfzwerg. So, jetzt können wir hier nämlich mit Flammenblitz, seine Elementarschwäche ausnutzen. Du bist fertig. So, einer ist schon mal weg. Er ist immer noch ein Frosch. Jetzt nicht mehr. Okay. Haben wir den Kreis? Oh, der Kreis ist weg. Ich dachte, ich hätte einen. Okay, na dann. Kreis. Kreis in Eis. Oh-oh. Das ist alles. Tats? Nehmen Sie meine Hilfe? Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich verstehe. Ich bin mit dir. Wir müssen das durchführen. Sorry über das. Ich schaute ihn. Du kannst es... Muss sie tut? Das ist alles. Das ist alles. Wie sein Schwanz rumgepackt ist. So, Erstschlag hätte ich auch sehr gerne. Das einzige Problem, was ich habe, wie gesagt, ist nur, dass ich im Moment noch nicht so viele Materia Slots habe. Ich habe mehr gute Materia als Slots, leider, leider. So, die sind Feuer, alles geht, alles. Okay. 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 Gut. Gut. Mutterangriff, by the way, wenn ihr es nicht wisst. In dem Spiel, wenn man Mutterangriff aus der Luft anwendet, hat es noch mehr Damage. Das ist so schön. Oh, das ist scheitbar. Du nehmst. Ja. 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 Du bist so schlimm. Ja. 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 Ba 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 ba. Orx. Lieber ein Feuer, oder? Öh? Moment, wieso? Wie, ich hab die nicht gescannt, ernsthaft? Ich dachte, die hätte ich schon längst gescannt. Ja, Feuer. Hä? Okay, warte mal. Ja, Feuer. Ja, Feuer. Brace yourself. Was? Ja, Feuer. Ja, Feuer. No time to celebrate. Ja, Feuer. Ja, Feuer. Ja, Feuer. Ja, Feuer. Ja, Feuer. Ja, Feuer. Okay. Ja, Feuer. Me forn. Jetzt sind wir gut. Mit mir. Nach dir. Ich zeige dir. Anytime. Sorry, sorry. Lass es mir. Komm schon. Bitte. Bitte. Let's have one everybody. Need to heal up. That's it. Go on. This ends here. Take it from here. I'll do what I can. Help a girl out. Ready when you are. Alright, push it. Okay, lasst bitte mal das Mädchen in Ruhe. Wollt nicht wahr sein hier. Alter. Doh. Take it from here. I have... You'll be right back. Can I stop it? I will be right back. Enough. Mura. Great. Das ist nach dir. Ich werde das, was ich kann. Ich werde dich auf Ice. Das ist das, was ich kann. Okay. Das ist das. Nicht zu mir. Auf der links. Hier kommt es. Einmal einen Schuss. Nicht zu mir. Boom. Alles klar. Viel Spaß im Gym. Geh richtig pumpen, Mann. Wir wollen mindestens fünf Level-Ups heute. Du musst 200 Squads schaffen. Weiden und Wölfe. Das ist das. Genau, der Kratos-Körper, ja, oder? Ghouls. Haha, wie er fliegt. Feeling chilly? Boah, das war schnell. Der Hauptkörper ist doch Ehrtour. Okay. Ich meine, hey, Gott ist Gott, oder? Ich zeige euch, was ich kann. Aber er ist ja auch tot hier. Geht die Nervt. Ja, das war ja so nerviger. Ja, komm, probier mich anzugreifen. Ja, das war's nämlich ein Problem. Ich habe das. Du bist fertig. Das ist es. Hängen. Der Feind war easy. Hm, nichts zu ihm. Du, du, du. Ich probier mal Phönix, aber ich erwarte nicht viel. Oh je. Volle Stärke. Zumindest analysieren kann ich ihn ja schon mal. Boah, der sieht cool aus, ja. Boah, der sieht cool aus, ja. Flamme des Lebens. Atem der Schöpfung. Oh, der hat geschwört. So, immun gegen alles. Stark resistent gegen physisch und Magie. Schwach gegen nix. Okay. Absorbiert Feuer. Ja, okay, das klingt wie ein fairer Fall. Du kannst diesem Vogel erst Schaden zufügen, nachdem du alle von ihm hervorgebrachten Kreaturen besiegt hast. Ah. Wenn du die Flamme der Stärkung durch Verursachen einer gewissen Menge Schaden unterbrichst, wird er schockanfällig. Gelingt dir das zweimal nicht rechtzeitig, wie die Lebensfilament fesselt. could lui auch wieder sch easy machen, oder? Geht das all. gegessen wir. Ja, das lässt sie nur nach sweating. Was ihnen schoitet. jetzt schon fast Der beschwört die ganze Zeit. Das ist übelst nervig. Ich komme gar nicht hinterher. Alles gut, wir haben lieber Frank. Fuck, ich war nicht schnell genug mit Schmücke jetzt. Immerhin. Im Moment können wir jetzt schocken. Viel werde ich damit aber auch nicht mehr machen können, glaube ich. Also zumindest kann ich ihm jetzt Schaden machen, das ist halt schon mal gut, aber... Ah, jetzt ist er schwach gegen Eis, okay. 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 Follow my wheel. Please. Focus. Okay. 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 Oh, das ist schon sein Finisher, glaube ich. Oh, nee, jetzt wird er... Ah, die kommt, das ist übelst nervig, man. ная Kalau rein.... Ohelич, unser Gegenstand gefallen. Ah, das ist gut. Ich glaube, ich biniefgegeben. Oh, das wird uns weiter. Sie können mich aber... leigh Dab fünf? Der risch ist w Westen, wenn ich mich nicht... Ist wieder der da? Jetzt beschwört er halt schon wieder, was? Ich denke, ich mach's wieder wie letztes Mal. Ich glaube, danach hat man immer eine realistische Chance, wenn man alles richtig macht. Das hier ist, also theoretisch ist es auch wieder möglich, glaube ich. Müsste ich jedem halt Heal geben und das halt irgendwie ein paar Minuten die ganze Zeit durchziehen. Ein bisschen Glück dabei haben noch. Oh ja, das mit der Fischerbespunung, das ist halt nervig. Also ich mach dem ganz gut Damage, wenn ich die alle kaputt hab. Ich glaube so, so, ich glaube ein Fünftel seiner HP habe ich abgezogen, als ich ihn beschädigen konnte. Naja, das müssen wir halt fünfmal in Folge machen, das ist ein bisschen... ...bisschen meh. So. Gehen wir doch mal dahin. Gehen wir doch mal dahin. Gehen wir doch mal vor dem Spielern. Gehen wir doch mal dahin. Äh, wie komm ich denn da hoch? In der Schoko, wo er hier irgendwo klettert? Ah, da vorne. Oh, seid bereit Leute, seid bereit. Junge, wie viel Kraft die in den Klauen haben müssen in den Krallen. Oh, ist das... Oh. Ja, das war ja easy. Hier ist schon der erste Phoenix-Schrein. Ja, hoch. Ja, ohne Witz, man. Die skippen definitiv nie lag, ey. So viel ist sicher. Ja. Ja. Jee, würde ich dir bitte auf der Spanke kommen. Ja, das war ja... Ihr habt ja, ich weiß nicht, ist es nicht so, ich könnte sagen. Neues Gebiet, ja. Nach 13 oder 14 Stunden haben wir es aus dem ersten Gebiet rausgeschafft, Christogar. Aber tut mir fair, ich habe auch wirklich, also ich habe das erste Gebiet wirklich komplett gemacht. Nix ausgelassen. Manche Spiele hast du nach 13 Stunden schon fünfmal durchgespielt. Hier ist gerade das erste Gebiet fertig. Zwei Stunden schneller als du. Ja, es ist geil, es ist geil. So viel Content und wirklich auch geiler Content. Das ist ein richtiges Erlebnis hier. Ich finde es auch so cool, wie sie die ganzen alten Sachen nochmal implementiert haben. Das mit dem Midgard Solum im Sumpf, wie der da aufgespießt wurde. Das haben sie super cool gemacht. Das mit diesen Schokobo-Typen finde ich auch cool, dass der Bergschokobo jetzt nicht einfach so über den Berg rennt, sondern wirklich so hochklettert. So richtig cool. Mega nice. Schokobo dice. Schokobo dice. Ja. Nie, hab ich. Yaaaay! Eisenerze mal wieder gekept, bisschen geht nicht mehr. Wagenbau? Oh, sind das Gräber? Okay. Okay. Ich würde gerne einen Brüner. Sanft aufwecken mit Magie aufwecken. Okay. 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 Well. Ah, das ist wieder so Schokobo-Schnüffel. Okay. Schokobo-Schnüffel. Mit einer Ohrfeige zu wecken. Stimmt. Das wäre Tiefers Job. Wow. Guckt's euch halt an, Mann. So. Moment. Also. Hm. So, wir sehen da eine Küste mit einem Turm und links ein Schokobo-Spuren. Das ist wahrscheinlich das hier, ne? Ja. Das muss das hier sein. Das heißt, das erste Item wäre hier ungefähr. Sogar auf dem Handy schön anzusehen. Ja. Das hört man doch gerne. Ja. Das müsste hier genau... Ja. So ein bisschen höher. Ja, hier. Ja, ja. Genau. 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 Ja, ich hab's. Es gibt bestimmt Leute, die das hier so langweilig finden mit dem Schnüffeln. Aber ich find das total cool. Ich mag so ein bisschen Schatz suchen, so. Als Abwechslung. Ich find dieses Spiel verkörpert halt auch wirklich das, was Final Fantasy als Serie zumindest für mich groß gemacht hat. Dass du halt diese geile Story hast. Und dann zwischendurch halt immer nochmal so Mini-Spiele, die das einfach auflockern. Mit so ein bisschen Humor noch dabei und so. Ganz großes Kino. So, wenn ich nach Norden gehe, müsste ich hier ungefähr noch was finden. jetzt�를 sie kurz auf die Serie zumindest schon. Okay, jetzt muss ich? Ja, ich bin super. Und jetzt komm noch mal erst mal hier wieder. Also wiederenssame. Ja. Ja. Ja, das ist schon toll. Ich bin super. Ich weiß auch nicht, ich bin super. Ich bin super. Ja, ich bin super. Ja, ich bin super. Okay. Ich bin super. Bisher klappt das sehr gut. So, und das letzte Item ist wo ganz anders, das ist Kiege vielleicht? Okay, dann. Ich habe deine Nummer. Okay. 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 Ich weiß nicht wie du gerade da durchgekommen bist, aber gut gemacht. Nee, das ist einfach weg, aber das ist auch okay so, weil davon habe ich ja wirklich so viel, das werde ich nie brauchen. Das ist halt nur Crafting Zeug. Was ist denn das da oben, was so aussieht wie so ein Pfeiler oder so? Oder ist es das da vorne? Nee, das ist viel zu mein Blick. Oder die Karte ist einfach kacke. Also es müsste halt echt, also hier irgendwo oder so? Da? Nee. Hier geht es zumindest schon mal rein, das ist gut. Ein Schokobo ist zu schnell. So, hier irgendwo vielleicht? Oh, bin ich gut. Genau da, wo ich die Markierung gesetzt habe. Sehr schön. Nachdem ich sie erst wo ganz anders hatte. Aber da reden wir nicht hoch. Letzte Chance, um zurückzuziehen. Komm! 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 Das wird das tun. Das war nicht so schlecht. Wo ist Schoko? Schoko? Zug. So. Das ist schon mal erledigt. So. Oh, now that's what I'm talking about. Anyway, name's Freddy. So what was it you needed again? Gabe and I, we go way back. Comrades in arms. You'd never know it now, but he used to ride front and center in the Chocobo cavalry. We scoured every inch of these mountains, hunting for Shinra units and attacking them when they least expected it. That's some close calls, too. Don't know how we survived. We fought tooth and nail for ourselves and the Republic. But wasn't enough. Now I'm just hoping to live out the rest of my days in peace. Oh, yeah. You did mention that. This'll just take a sec. Tell me she ain't a beauty. Nobody makes them like I do. And that's no lie. Go on, take it. You ought to make more than that. Gabe's definitely gonna need him at some point. I don't know about that. Besides, I've got things to do. Like catching some seeds for one. So if we're all done here. Tolles Leben, was er da führt. Er pennt einfach nur den ganzen Tag. Da frage ich mich natürlich, was sind das für Gräber hier, ne? Wahrscheinlich irgendwelche Gräber von... ...Von Kriegskumpanen von denen oder sowas. Guess what? Brought you a present from your good friend, Freddy. Is that so? Only if you promise to fix your carriage and take better care of your chocobos. Well, twist my arm, why don't you? All right, little lady. It's a deal. Good. In that case, no time like the present. Whew. Good as new. Good as new. Oh, I gotta say. That old dog really outdid himself this time. Hell of a job. Don't think my carrot has ever looked even half this good. Appreciate it, kids. I could finally get the business back up and running again. That's great. But before we head out, I just want to ask one more thing. If we hadn't shown up, would you have even tried to give your birds a better life? Maybe. I see. But I get it. Shinra's a big company, and what they say goes. I can't blame you for being too scared to fight back. Hey, I ain't scared of those sons of bitches. Not one bit. Oh? Then why'd you shut down the business? It's like I told you, my carriage broke. And getting the parts to fix it sounded like a real hassle, so... So, there you have it. I just... let it go. Let it go. Let it go. Okay, fine. I shouldn't have been so quick to throw in the towel. Let it go. Starting today, I'm giving this job my all. I'll stock up on parts, so I can keep the carriage moving and make sure my birds never get bored again. You hear that? Then the deal is sealed. You're quite the businesswoman yourself. Yeah, I know. You're right. Ah, and we can now switch between the regions. Ah, nice. Yeah, okay, I understand. In the Grasland and the Yunon-Region, you can take the schnell-reised-dienst of the Chocobo-Kutsch in charge. Sprech dazu mit den zuständigen Mitarbeitern der ortsansässigen Chocobo-Farmen. Cool. Oh, Aerith hat schon... guck mal, die hat schon hier... Sie hat schon grün, Smiley. Sie liebt uns. Naja, sie mag uns. Die, 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 die. Die, 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 die. So, Leute. Wie vorhin schon angekündigt. Wir machen jetzt eine kurze Pause für so ein paar Minuten, Weil ich mich um ein paar Sachen kümmern muss noch. Dauert aber nicht allzu lange. Danach bin ich dann wieder da, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ich will noch den coolen Fotomodus hier. Ja, ich bin dann gleich wieder da. Dann machen wir noch weiter. Ich weiß nicht genau wie lange es dauert. Vielleicht zehn Minuten oder so maximal. Mach hier noch eine kleine Nachricht hin. Ist ja Breaktime. Be right back. Dann bis gleich Leute. Schnappt euch was zu trinken oder so. Macht euch ein Butterbrot oder sowas. Es geht gleich weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Jetzt können wir uns wieder der munteren Unterhaltung zuwenden Erstmal auch wieder hier einen Energy Drink auspacken Okidoki Oh Wurde auch was geschrieben Gut, legen wir weiter Legen wir weiter Legen wir los oder machen wir weiter Legen wir weiter, ok, natürlich Das war meine Synchro Meine Synchro-Ability Einfach zwei Sachen vermischen So Genau Wir haben jetzt die Kutsche, mit der wir zurückfahren können In die alte Region Das ist schon mal klasse Ich würde mir jetzt Sehr gerne dieses Schiff angucken, glaube ich Holz, Holz, Holz Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Schon wieder. Na gut. Folgen wir der Eule. Ich glaube die Yunon-Region hat allgemein so ein bisschen weniger Landfläche. Deswegen werden wir heute, heute, deswegen werden wir wahrscheinlich weniger rumgelaufen müssen, um die Sachen zu finden. Habe ich beide hin? Ja. Das ist es. Brace yourself. No time to celebrate. 's Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist der Ford Condor, oder? Das ist der Ford Condor-Match. Das war's für heute. 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 Cloud ist ein fetter Tank quasi. Barrett ist halt gut, weil er... Das ist halt ranged. So, Moment. Ich gehe mich tiefer als zweiten Hilden. So. Genau. Und hier? Offensiv? Offensiv ausbalanciert oder defensiv? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, man hat's für heute. Ah, man hat auch... Ah, okay. Das ist ein bisschen anders als im Juffy DLC. Man sieht... Man sieht, was der Gegner hinstellt. Ja. Also, er fängt an mit zwei roten. Das heißt, ich sollte jetzt erstmal blau aufstellen. Ja, zwei rote... Zwei rote... Zwei rote Troopers. Da mach ich jemanden Verteidiger hin. So. Dann kommen zwei rote. Wollen wir jetzt mal halten. Alles w Again. Zwei rote Trooper. Alles w So, jetzt kommen blaue, baue ich grün. So, jetzt kommen wir wieder. So, okay, jetzt haben wir genug Punkte gesammelt, um tiefer aufzurufen Ja Okay Jede Heldeneinheit kann man nur einmal pro Gefecht entsenden Es kommt natürlich die, ja, will ich tiefer jetzt schon, ja komm, let's go Go Spezialfertigkeiten Bam Holy shit Jetzt kommen rechts wieder rote Sachen Das heißt, ich stelle blau auf Und das heißt auch dass ich gleich klaut habe Bam Ich werde vernichtet Es ist so cool, dass ihr Es ist so cool, dass die Figuren so aussehen wie die wie die Figuren auf der Playstation Das ist so cool, dass ich Das war Bild, ja. Das klingt nach Optimus Prime. Das ist unmöglich, richtig? Aber ich weiss nicht, ich kenn mich nicht so aus mit Transformers. Sag du es mir. Unglaublich, einfach unglaublich! Kein Phänomenon wie dieser hat noch nie gesehen. Es war, als ob die sehr Farbe von Zeit und Raum gezwungen wurde. Aber wie? Und warum? Chadley, fokus! Also was jetzt, kleine Mann? Proto-Relics ist weg. Oh, einer von diesen Punkten in da hat es gewollt. Genau. Natürlich. Das Proto-Relic. Es ist fein, aber ich schweige seine Signal. Was bedeutet, ein Portal wie der, den du benutzt hast, um für Condor zu fahren, hat überall geöffnet. Wir können dieses unglaubliche Entwicklung nicht ignorieren. Wir müssen jetzt unbedingt was fixen, was mich die ganze Zeit schon stört. Es ist extrem wichtig, ja. Es ist überlebenswichtig. Und zwar will ich, dass die Materia bei Cloud im Schwert so aussieht, dass links und rechts die grüne ist und in der Mitte die gelbe. Das ist sehr wichtig, okay? Es ist extrem wichtig. So. Das müsste jetzt aber stimmen. Ja, okay. Oh, okay. Jetzt. Ach. Das tut meinen Augen so viel besser, Mann. So. Ähm. Gnade des Planeten. Mhm. Ja, Hasyn. Mhm. Also. Die Charaktere in diesem Spiel sind einfach godlike. So verschieden, aber irgendwie dann doch so ne gute Kombination auch und macht einfach Spaß. Schokobro? Nein, ich wollte nicht abstehen, fuck. Ich drücke immer noch R1, wenn wir da so runterslide, das ist super cool. Oh, die habe ich glaube ich noch nicht analysiert. Ich komme mir etwas unbekannt vor. Semsalet. Nice. No. huh 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 Jetzt! Jetzt! Los geht's! Ready? Du bist auf! Ready? Nichts! Was ist das für ein Krater? Das sieht ja auch spannend aus. Ich gucke schnell noch auf der linken Seite. Da irgendwas ist. Das sind Gegner, aber die kennen wir glaube ich schon. Und da geht's glaube ich nur wieder zurück zu dem... Platz wo wir schon waren. Oh! Holy! Was ist das denn? Materialismus? Ja gut, da wurde... Da war aber schon krass Werbung, ja. Also ich weiß, dass Vincent von... Von Mr. Mercer gesprochen wird. Da haben sie nicht wenig Marketing betrieben dafür. Der gute Matt. Okay. Hier schön alles aufgedeckt. Finde ich gut. Dann, genau, nochmal hier lang. Und dann nach Norden. Achja, die Eule. Die habe ich ja vorhin dezent, äh... Generiert. Das tut mir auch sehr leid. Das tut mir auch sehr leid. Aber die Eule ist nicht sauer. Wo ist sie denn hin? Äh... Äh... Also wir... Wir haben sowieso gleich den Turm. Sehen wir es ja. Mann, komm mal! Aha! Den Tonadu, den finden wir noch nicht. Sehr schlecht. Der ist natürlich schwach gegen Wind. Keine Überraschung. Gehen wir mal! Gehen wir mal! Bereit wenn du bist. Du bist auf. Also ist es meine Aufgabe? Gehen wir mal! Oh du... Das war... Das war gemein. Genau im richtigen Moment, ey. No more. Das war's. Ja! 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 Es ist vorbei! Mit dir! Mit dir! Mit dir! Mit dir! Du bist auf! Lass uns! Mit dir! Mit dir! Mit dir! Da! Mit dir! Mit dir! Mit dir! Es sind super viele bekannte Sprecher dabei. Ja. Und alles ist synchronisiert. Das ist so cool. Ein komplettes Spiel. Oh, da ist unser kleiner Freund da unten. Das heißt, da ist wieder eine Bank in der Nähe. Beziehungsstöne! Nehm! Das wäre wichtig, dass du hier hinst. Bist du hier bei dir zu überlegen, habe ich nicht was, was es zu tun. Das war's. Es hat euch ein bisschen dissubring. Ja, weil du hier nicht verfügbar ist! Das war's! Das war's für heute. Wo ist denn jetzt aber? Ah! Okay, also der Vogel, der wollte mich da übers Wasser führen anscheinend. Kein Wunder, dass ich den aus den Augen verloren hatte. Öh. Ich heile mal so ein bisschen durch. Aber ich glaube, da ist eh eine Bank in der Nähe. Da unten war der. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Ich folge. Öh. Da lang? Oh, okay. Vielen Dank. Tch. Das war's. Segen des Planeten hab ich jetzt auch schon zu viele. Ich geh zu viel rum. Oh je. Dann lass mal hier einen Supertrank machen. Einen Mix-Supertrank. Einen Super-Spray. Einen Super-Duper-Super-Super. Einen Super-Ultra-Super-Super-Duper. Oh. 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 Vier Materia-Slots. Shit. Ich kann nur einen der beiden craften. Der hier hat mehr Verteidigung. Aber der hier hat noch einen Materia-Slot mehr. Ich bin vom Planeten sowas von gesegnet. Nur hat er mich nicht richtig begnadigt. Begnadigt bin ich noch nicht so richtig. Ich glaube, ich mach den Matrosen armreif. Weil der kostet auch 50 Eisenerz. Und davon hab ich ja 99. Dann krieg ich das nämlich auch schon mal weg. Ja, komm. Ich seh gerade, ich sollte mir auch mal so einen Knochenarmreif kaufen. Einfach nur, damit ich das Rezept hier machen kann. Für die Erfahrung. Wieso hab ich denn eigentlich so... Wieso hab ich denn diese krassen Dinger hier eigentlich? Der legierte Armschutz und der Talisman der Hexe. Synthese Stufe 9. Hab ich einfach schon. Das haben wir schon alles? Ja, okay. Wie komm ich denn da überhaupt hin? Also wahrscheinlich über diese Brücke hier, würde ich sagen. Von da rechts. Vielleicht ist das Wasser auch seicht genug, dass ich da durchgehe. Ist das wieder so ein Tornado? Ja. Die Wunschliste ist praktisch. Ja, bestimmt. Für mich im Moment noch nicht so, weil ich nicht wirklich Wünsche hab. Im Moment will ich einfach nur so viel Krafgen, wie es geht. Um zu leveln quasi. Ich sollte diese Synchro-Fertigkeit da öfter benutzen. Äh, die Synchro-Aktion gibt's mit Aerith. Das ist nämlich saugeil. Da kann ich nämlich ihn spielen. Und er tankt. Und währenddessen kriegt sie aber auch ATV dazu. Das ist eigentlich echt gut so. Hat der eigentlich irgendeinen Luftskill? Ne, hat er nicht. Das ist ein Problem. Der bräuchte noch so einen Luftskill. Cloud hat sowas halt mit Schwertsturm. Und Flammenplätze. Ja, das sind beide so Skills, die können erlernen. Uh, Frost-Upgrade. Das haben wir Eisra. Das ist schon mal gut für den, äh, Fight nachher gegen Phoenix. Den wir jetzt übrigens auch machen können. Wir haben doch schon, stimmt, wir haben ja schon, äh, einen Schrein entdeckt. Eigentlich könnte ich mir schon Phoenix wollen. Zumindest bin ich recht zufällsichtig, dass wir das schaffen. Auch fürs Level, weil man dann nicht immer suchen muss, was geht. Ach so. Stehe. Oh. Ja, das sind ganz schön fette Vögel. Lasse den Gegner beim Rücken von Heilwogen nicht losfliegen. Not only because of their intelligence, but also their remarkable feathers that make them both elegant and lethal. These feathers have been prized by all manner of craftsmen since antiquity for their beauty and resilience. Arrows fashioned from them are particularly valuable. They're set to slice through the air so quickly, they're capable of piercing even solid stone. Oh, but take care not to be so entranced by their abilities that you lose focus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ja okay, ähm, Barret ist zum Beispiel gut gegen fliegende Gegner. Ich könnte Barret dann immer mit so Sachen ausrüsten, die halt gut gegen Flieger sind und den dann immer so einwechseln quasi gegen so fliegende Sachen. Das ist interessant. Ja, vielleicht so ein Anti-Flug-Team mit Barret und Aerith? Ich bleib jetzt, ich bleib erstmal hier dabei, weil ich die ja momentan schon alle ausgerüstet hab. Okay. Schocke einen Gegner, lass den, okay. Erstmal Analyse. Analyse. Schwach gegen Eis, okay. Das heißt, wenn einer von denen anfängt Heilbogen zu casten, schmeiß ich direkt Eis drauf, wenn's geht. Komm, komm, ist das alles? Nein. Aber er fliegt ja schon. Ist ja mega schnell. Ready when you want. Wie soll ich das denn machen? Die sind ja quasi instant losgeflogen. Ah. Ich war vielleicht auch ein bisschen unlucky, dass die beide das gleichzeitig machen. Going in. Finish it. You're mine now. You're mine now. Down with you. Enough. You're mine now. Yahoo. You're mine. I'm mine now. I'm mine now. I'm mine now. I'm mine now. Du brauchst dich nicht mehr. Du hast 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 dich nicht mehr. Mei. Ich weiß. Du musst mir das nicht immer dann direkt vor die Schnauze halten. Warte. Vielleicht mache ich das ein bisschen anders hier. Material mäßig. Es ist nämlich, es ist kacke, dass Red dass er überhaupt keine Fernkampfmöglichkeit hat. Erstmal hier gucken mit der Ausrüstung. Weil wir haben jetzt gerade so ein Ding gecraftet. Genau. Den Matrosenreif. Der Reif der Königin. Eigentlich müsste ich den schon. Ja. Ich gebe ihm, ne ok. Ich gebe ihm Reif der Königin. Ich hab, ich hab nen Plan. Hier gebe ich Matrosen. Und er kriegt den Robusten. So. Dann müssen wir auch die Materia ein bisschen ändern. So. Dann gebe ich nämlich hier. FP Boost gebe ich ihm. Mit seinem TP Boost. Was der auch schön leveln kann. Ähm. Ich brauche mehr Slots man. Ich brauche mehr Slots. Ich brauche mehr Slots. Vielleicht mach ich's doch anders. Vielleicht mach ich's doch anders. Ok. Ich hab ne bessere Idee glaube ich. Ich gebe Cloud. Den Reif der Königin. Dann behält er seinen FP Boost mit TP Boost. Und dann gebe ich Red. Gebe ich. Den Dreier. Genau. Red kriegt Matrosenreif. Jetzt kann ich das nämlich so machen. Dass ich ihm. Noch nen Spell dazugebe. Äh. Irgendwas habe ich gerade bei ihm rausgenommen. Aus Versehen. Und zwar war das bestimmt. Äh. Irgendwas habe ich doch bei ihm gerade entfernt. Was war das denn? Scheiße. Ne Quatsch. Ne stimmt. Er hatte ja nur einen Slot am Anfang. Ne ok 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 ok. Alles gut. Genau. Jetzt habe ich hier. Heilen. Präzise Abwehr. Blocken. HP. Jetzt kann ich ihm zum Beispiel noch Frost geben. Für den Fight hier. Gibt es noch was Besseres? Toxin ist halt so ne Sache irgendwie. Also. Ich finde. Wir finden irgendwie kaum. Äh. Monster. Die irgendwie. Gegen Gift ein Problem haben. Äh. Vielleicht kommt sowas irgendwann. Vielleicht sollte ich das doch mal leveln. Äh. Wir finden irgendwie kaum. Äh. Einfach nur ums zu haben. Äh. Ich machs. Ich machs ihm mal rein. So. Und der ganze Rest ist mir ziemlich egal glaube ich. . Erhöht die Vitalität? . Vitalität ist doch auch Leben oder? Ich glaub schon. Es gibt so viele gute Sachen. Ich würde auch voll gerne, würde ich, das Erstschlag würde ich sehr gerne leveln. Provozieren ist eigentlich auch ziemlich gut für einen Tank. Das ist halt... Ach, warte, ey. Die Qual der Wahl, wirklich. So, Kampf wiederholen. Wenn ich es jetzt wieder verkacken, hole ich mal Barret dazu. Okay, er macht jetzt schon, okay, er macht's. Er macht's, er macht's, er macht's, er macht's. So, wir müssen jetzt alle auf den A tippen. Okay, okay, geschafft. Der andere macht's jetzt aber auch. Ah. Äh. Okay. Let's go, go, go. Go, go, go. Nicht losfliegen. Nicht losfliegen. Du darfst mich, jawohl. Let's go. Oh, da, Heilbogen. Er macht's schon wieder. Fuck, fuck, fuck. Nicht losfliegen. Okay, 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 perfekt. Ich spare mir die. Ich spars mir auf. Ich spars mir auf. Der andere macht's, der andere macht's auch wieder gleich. Da, da, da. Ich wusste es. Ich wusste es. Noch ein bisschen schlafen vor der Nachtschicht. Dann wünsche ich dir angenehme, äh, Abendruhe. Jetzt, das ist der Spirit. Jetzt, das ist der Spirit. Let's finish this. Be your peace. Okay. Ich glaube, wir haben's. Da, Heilbogen. Nee, 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 du. Nee, 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 du. Nicht jetzt auf die letzte Sekunde noch. Das kannst du vergessen. Das ist so lustig, wie er das immer so verzögert macht nach ihm. Nächstes Ziel da lang. Äh, 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 ah, natürlich. vẫn nicht so lustig. Hallo, die können mich natürlich nicht angreifen, wenn ich gerade klettere, ich habe mich vorbeigemogelt. Ich habe die Kräfte, die ich nicht angreifen kann. Ich habe die Kräfte, die ich jetzt noch nicht angreifen. Ich habe die Kräfte, die ich bin. Also tatsächlich würde ich halt liebend gerne hier hin, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da überhaupt hinkommen soll. Es sei denn, ich kann irgendwie... Wow, krass, dass sie da runterspringen können. Es sei denn, ich komme irgendwie da unten auf das Schiff irgendwie drauf. Wobei, ich sollte aufhören, so zu denken, als wäre das Wasser unbegehbar. Wir können sehr wahrscheinlich da einfach durchschwimmen. Ich bin nur so dran gewöhnt, dass Wasser in Spielen halt immer so quasi eine Wand darstellt. Aber ich glaube, das ist hier gar nicht so. Ich bin nur so dran gewöhnt, aber ich bin nur so dran gewöhnt. Ich würde sagen, finden wir es einfach mal raus. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ja, wir können da einfach durch. Ich meine, wo der mich hinführen will, ist mir auch schon klar. Ein Chat mit dem Planeten. Sehr gerne. Alter, der Planet ist in meinem Chat. Ich bin mir ein Teaser. Uh-oh. mehr Synthese. Ach da unten, da war ich doch. Proto-Relic Energy Signature Confirmed mit der Borg-Gabe. Ich denke, wir können sicherlich sagen, das ist die Entry-Point. Zeit für Fort Kondo. Based on the analysis of your previous trip, I am confident you'll return following the conclusion of match. Probably. You may be assured that I will retrieve you myself. Yes! Die Möglichkeit besteht, dass wir eventuell wieder zurückkommen, wenn wir gewinnen. Na dann. Da muss ich mir ja keine Sorgen mehr. Ich glaube, dass ich das nie mehr verwendet werde. Das ist nicht so schlecht. Oh? Das ist Quatsch auf. Wie kann ich das sein? Captain! Troopers, wir sind jetzt in Zeit. Ich bin ja, Freunde. Wir sind uns, die Forces zu legen, um die Fienden zu verlassen und zurückzunehmen. Und zurückzunehmen meine Träger. Was ist das, dein Träger? Es kam von unserer Welt. Es gehört uns. Oh, cease Ihre Wingehung, Mann. Wir haben keine Zeit für es. right now we can but your mission is to help us break through the enemy lines and retrieve the artifact they stole with the captain's aggressive approach i fear will surely fail captain that's our cue 4 blau 4 grün dann holen wir diesmal grün und rot das heißt spirit und tiefer und wir bleiben natürlich offensiv angriff ist die beste verteidigung so ich sehe schon direkt das bond rot rot oh hier eine steinschleuder so dann kommt grün so 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 oh wow what the fuck oh ok der geht ziemlich ab der hat halt eine super starke einheit hingebaut das ist ein problem das ist ein problem ähm so 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 wir nehmen das so 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 jetzt spawnen hier gleich blaue irgendwie machen wir grün so direkt schon mal ein elite schütze ich glaube hier mache ich dann auch ein heiler dazu die heiler sind sehr sehr gut so noch ein schütze das sieht doch schon tausend mal besser aus jetzt so so jetzt spawnt der grüne den grün machen wir rot bäaam tiefer direkt vor das ding der spawnen bäaam haha nice schon besser ja die die artillerie ist irgendwie finde ich nicht so pralle diese schleudern und die ballisten sind wahrscheinlich genauso oder man muss die wirklich wenn ich rausfinde wie genau die schießen könnte ich die halt wirklich genau so hinstellen dass die die ganze zeit auf die auf die Basis drauf feuern kaptain warte nicht zu uns kaptain das das auch mit die 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 das Ich glaube, ich habe den Kapitän gehört. Du kennst nichts über das? Wahrscheinlich nicht. Ich kann, aber ich kann euch über die Relic-Lokation informieren. Lass uns da hin. Da, 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 da. Ich muss jetzt aber noch gucken, ob da rechts irgendwas ist. Aha. Aha. Die Idee von diesen Schatzorten ist übrigens auch, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie genial das eigentlich ist. Weil ihr müsst euch halt überlegen, wir haben damit irgendwie auch so ein Zwischending geschafft zwischen, ja, Leute werden es fürs Forschen erlaubt. Man muss aber auch nicht quasi alles so hundertprozentig jede, jeden Winkel erforschen, um jede Kiste zu finden. Sondern man hat wirklich diese Orte, wo man genau weiß, okay, hier ist irgendwo ein Schatz versteckt. Und kann da halt dann rumforschen. Das ist fucking clever. Ups. Einfach Gamedesign mäßig so viele geile Ideen. Gehe ich jetzt da hoch? Direkt nach rechts. Ich glaube es ist besser, wenn ich, äh, wenn ich hier oben angehe. Bevor ich es vergesse, sollten wir wahrscheinlich noch da unten hingehen. Socke. 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 Warum überhaupt absteigen? Socke. Ist mein Vogel, ja. Wie jetzt? Ist das eine Bank? Wo ist denn? War das nicht ein kleiner Schokobo-Freund? Ach, da- aaaaaaah! Okay. Okay. ...gemacht. Hätte ich übersehen. So, wir nähern uns unserem Ziel. Witter. Oh, Matrosenarmreif plus. Barrett, das müsste bei dir irgendwo sein. Kannst du nicht auch mal schnüffeln? Oh! Ach, hier wahrscheinlich. Da ist auch schon das letzte Teil. Ja! Oh, du kannst den Gegenstand Gnade des Planeten synthetisieren. Ah! Den kann ich wahrscheinlich aus dem Segen erstellen. Okay, das ist gut. Das machen wir auch direkt dann. Das mache ich instant. Ja, aus Segen des Planeten unsalbar. Ja, super. Dann machen wir doch direkt ein paar mehr davon. Genau, damit könnte ich auch den Choralentalisman jetzt wieder machen. Ja. 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 Da haben wir ein Plus. Ja. 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 Egal. Jetzt bin ich schon mal hier. Gehe ich auch da lang. Vielleicht gibt es da auch irgendwas. Ah, da geht es auch wieder rechts hoch. Ich folge jetzt aber trotzdem mal diesem Fluss da. Interessiert mich irgendwie gerade wo das hingeht. Warte mal. Einen Schatz gibt es noch. Ah, da. Okay. Hm? Boah, wie hoch das da geht. Will ich jetzt da rüber hoch oder da? Ich halte mich mal. Ich halte mich mal links. Oh, da kann ich gar nicht rüber. Das ist gut. Eine Bank hier ist sehr praktisch. Kann ich das aufheben mit dem... Warte, geht das? Ich dachte, ich muss absteigen dafür. Das ist ja geil. Ich bin die ganze Zeit abgestiegen. Du bist eingepennt? Das ist lustvoll. Du bist doch jünger als ich. Ich streame noch eine Stunde ungefähr. Dann machen wir wieder Eden weiter. Die, 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 die. Elf Stunden arbeiten, wenig Schlaf. Okay, ja. Verständlich, verständlich. Was ist das denn? Ich finde das mega nice, dass ich alles machen kann, ohne abzusteigen von dem Schokobo. Das ist richtig angenehm. Ich bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe. Mega viel verpasst hast du gar nicht. Nur, dass... Oh, das siehst du gleich eh nochmal. Ich werde mal nicht spoilern, aber... Es gab eine sehr lustige Begebenheit bei einer Sidequest, die so ein bisschen, äh... Ja, so ein bisschen ein Throwback ist zum Original. Fand ich sehr lustig. Das sind denn überall so Camps? Alle hier am Berg steigen? Oh, warte mal. Ist das... Das hier ist aber nicht... ...die Höhle mit... Boah, mein Gehirn hat voll Probleme, dass es hier zu verarbeiten ist. Irgendwas muss es hier oben noch geben. Boah, 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 boah. Vielleicht ist hier nachher noch ein Event. Weil das sieht ja auch so aus, als würden hier Leute campen. Das ist ja auch so aus. Nein. Ich sollte noch mal... Aber das ist ja auch so... Ich sollte den Ball nicht verwalten. Ich kann das ... Und dann... Und dann gehen wir nämlich da drüben hoch. Und dann gehen wir wieder. Okay, ich muss doch außen holen. Also, hier dann. So, dann vorne ist wieder so ein Mugelhaus. Entschuldigung, ein Mugrihaus. Wir spielen ja Deutsch. Oh, ich bin schon vorbei. Aber hier ist ein Funkturm. Ist auch gut. Scheiß auf die Gegner. Zeit für Energydrink. Habe ich vorhin auch gefühlt, ja. Sind nicht Marks denn die Pfeile für die Wände? Du meinst hier die blauen? Oder meinst du die, mit denen man den Schokobo da... Stört mich jetzt eigentlich nicht. Ich meine, es ergibt ja auch Sinn, dass die markiert sind. Es ist ja lorekonform. Weil die Leute hier die Schokoboos benutzen, halt für diese Pfade. Yeah. Oh, wow. Oh, wie bin ich denn an diesem Mugelhaus vorbeigelaufen? Das kann doch eigentlich auch nicht sein. Schick damit auch mal. Komm her. Ach, das ist bestimmt so ein bisschen erhöht. Deswegen. Ja, da oben ist es. Hello. Zeit für ein Minigame. Schabernack Stufe 2. Richtig krasser Schabernack, Mann. Stoppst du Schabernack? Ja, das sind sie. Du 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 duuuu. Junge. Okay, puft, Jesus. Bullet, hell. Hier. Oh! Super. Eigentlich macht es das ja einfacher, oder? Ich dachte, ich soll vermeiden, dass sie in den Wirbelsturm kommen. Ja, bla bla bla, Kupo. Willkommen, Kupo. So, was hast du denn eigentlich so Schönes? Ja, ich will auf jeden Fall diese ganzen Waffendinge. Tifa, Aerith... Red. Oh, ich habe ja... What the fuck? Ich habe so viele. Oh, okay. Ich wusste nicht, dass ich so viele habe. Ich habe aber ohne Witz, ich spare mir den Rest lieber, bevor ich das irgendwie in diese komischen Materia Ohrringe da investiere. Wir sind halt sehr gimmicky. Wieso klettert Barret auf den Turm? Barret? Ist das okay? Okay. So. Genau. Jetzt schätze ich mal, gehe ich da oben hin? Was ist das eigentlich hier lang gehen? Ja. 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 Ja, habe ich ohne dich gefunden nämlich. Ja. 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 Mr. Uhu. So, irgendwo hier oben muss auch so ein Handmob sein. In die Richtung. Aha. Da vorne ist auch wieder ein Phönix-Ding. True. Und nur eine Minute? Heiß natürlich. Impressive. Impressive. So. Schon mal einen geschockt? Die machen ziemlich viel Damage. Jesus. Ja. Ja. Oh, das war's. Das war aber knapp, ey. Ich glaube, wir sollten uns mal ausruhen. Okay, neuer Kampf. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Ah, doch. Nein. Eventuell? Nee. Wie komme ich denn hier hin? Wahrscheinlich hier komplett rumlaufen. Oh. Duh. Oh. 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 Hierzu muss ich aber absteigen, das kann ich nicht mit dem Schokobo. Die große Ausnahme. Ja okay. Willkommen zurück, Defi. Das machen die Muckis, man. Bist du gut ausgepowert? Das war unglaublich. Es war so, als ob du und das Crystal mit uns kommunikieren würden. Die tun weh, also ja, dann hat's geklappt. Dann hast du gute Arbeit geleistet. So, das auch geschafft. Cool. Dann würde ich jetzt hier hingehen. Witzigerweise, das hier ist schon das letzte Esperding. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den, ja, also der Phoenix-Kampf, wir könnten den so richtig, richtig einfach machen. Vor allem kriegen wir Phoenix dann direkt auf dem höchsten Level schon. Ist auch cool. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an. Jetzt geht's nicht so gut. Oh, hier ist eine Bank? Ja, zeig's mir. Genau das haben wir gebraucht. Einmal Kissen bitte. Ah, schon viel besser. So, Mädels und Jungs. Wir gehen Richtung Süden. Das hier ist die Krowsnest. Base of operations for our anti-Shinra activities. Sorry. Sorry. Aber wir halten Dinge ab, nach der Probleme und unter Juno. Ey. Wie jetzt? Schweinebacken, ey. Da komm ich halt von unten. Holy aplausos. Schnell. Wenn ich da nicht. Ich würde hier ein Bye Cory wiedersehen. Lcabern Flutter. Chand kita Once auto. Dann wieder zum Be gasoline. Wenn das wieder ist los, naja. Ich hoffe, hier steht nicht noch so einer und lässt mich nicht ahnen. Das wäre ärgerlich. Scheiße, ich glaube da... Oh. Sieht aber nicht gut aus hier. Komme ich da vielleicht gar nicht hin? Doch, wenn ich da runter... Oh, der Shogubo! Da hopfst du einfach runter, weil der kennt da nichts. Die habe ich schon. Okay, es geht vorwärts. Aber ich habe so das Gefühl, ich werde gleich schon wieder aufgehalten. Man kann da auf jeden Fall noch ganz so runter gehen und da sind auch Schätze. Vogel. Runter da. Vergessene Schatzkampf. Uh, hallo. Rich. Wir sind rich. Und das ganze Zeug, was wahrscheinlich ultra viel Geld wert ist, setzt er da liegen und nimmt einfach nur zwei Supertränke. gut. Okay. Ich glaube, ich kenne der Schiff. Ich kenne auch sogar. Ist das auch noch irgendwas? Hallo? Ist hier wer? Ist hier irgendwas? Schätze? Ja, ich glaube, das ist nur für Items. Das sind ein paar Materials. Das ist ein paar Teile. Mann, ich kann es nicht im Laufen aufheben hier. Wahrscheinlich, weil das so ein bisschen schief ist. Ich kann es nicht im Laufen aufheben. So, weh, die lassen mich da jetzt nicht durch. Wenn ich überhaupt einkomme. Ich muss da hoch zu dieser Brücke. Ich kann mich da nicht so gehen. Ich kann es nicht so gehen. War ich blind? Wann ich da oben auf die Brücke? Es kann auch gut sein, dass man vielleicht nur von der anderen Seite... Komm, komm, komm. Hier ist leider Sackgasse. Es sei denn, ich kann hier rechts noch irgendwo hoch? Sieht aber nicht so aus. Ach, fuck. Nee, dann ist das wahrscheinlich echt für später. Dann kann ich nur von dieser anderen Seite durch, weil dieser Typ war, der mich angehalten hat. Schade. Ja, okay, dann müssen wir die Story erstmal weitermachen. Und die Story, die ging weiter. Da. Da. Hey, dann habe ich ja doch noch meinen Stream-Titel eingehalten. Wir kommen heute nach Junon. Wir kommen heute nach Junon. Wir kommen heute nach Junon. Wobei, to be fair, also technically sind wir ja schon in Junon. Zumindest in der Region davon. Oh, ich bin hier auch mal gespannt, wie das ist mit dem... Wer sich daran erinnert, diese Situation, dass wir überhaupt nach oben kommen. Ähm, da gibt es ja diese Szene mit dem kleinen Mädchen, ähm, Mädchen, dass da irgendwie, ähm... Wie war das denn nochmal? Also die fast am Ertrinken war und dann gab es halt Mund-zu-Mund-Beatmung. Da unten sehe ich auch schon. Ich glaube, da unten werden wir fighten, ja. Ja, da wird, da wird der Kampf sein auf jeden Fall. Okay, das hier ist... Da gehe ich besser zu Fuß. Ja... 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 Ich gehe mal kurz. Dann bin ich hinter das Innere 2019. Hm. 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 What? Avalanche, huh? That depends on who's asking. A woman who could turn you in. And be a hundred grand richer for it. Hm. Well, you know what they say. You can't take it with you. Hm. And Aerith to boot, huh? That's another half a million on top. Half a million? Das ist fast wie bei One Piece, ey. Wir finden's geil. Je höher die Belohnung ist, desto geiler sind wir immer. Consider our lips sealed. Sorry, but I call bullshit. Well, I don't think you would, if you knew even half of what my town's been through. You don't like it? Leave. But... Over there... There's a quiet little inn. Where everyone's welcome. Any guys in black robes pass through? Not that I saw. Did see some black suits though. Two guys and a girl. Looked pretty tough. Well, well. They made a beeline right for the elevator. Now we're talking. No. Don't even think about it. In case it isn't obvious. Upstairs is Shinra turf. And the same goes for the elevator as well. Don't ask me what. But the company's got something big planned up there. And security is tight. You start anything? Anything at all? And there will be consequences. Good night, Frostermann. Danke fürs hier sein. Schlaf gut. Wir sehen uns. Und es ist... Also, bisher hält sich das hier immer noch so, dass es einfach wirklich wie im Original ist. Aber alles irgendwie noch so viel detaillierter. Es ist Wahnsinn. Sogar diese... Diese kleine... Diese kleine Unterstadt hier ist... ...so cool. ...sogar sie nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, was sie sagte. Es muss hier irgendwo sein, woher kommen. So, wie werden wir sie finden? Das wird auf die, wo sie sind. Wenn sie weitergehen. Wenn sie weitergehen, dann gibt es nur zwei Reisee nach diesem Kontinent. Mit dem Meer oder mit dem Meer. Genau. Vielleicht wollen wir fragen nach der Stadt. Die Lokale wissen die Route nicht auf der Seite. Sie vielleicht sogar gesehen, die Stragler zu passen. Oder haben wir für Renten oder so. Wie geht's? 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 Oh, es gibt wieder hier Queensblood-Gegner. Schaut, wie happy meine Teammates sind. Oh, hier ist wieder ein Foto. Oh, du hast hier rausgebracht, hm? Mind wenn ich einen Schuss von dir? Ich habe die perfekte Nachbarn. Plus, es gibt uns mehr Möglichkeiten für das wir uns sehr materialien. Wer denkt, ob ihr erstes? Me oder ihr? Wollen wir eine Beziehung? Die Expositionen hier kann etwas schwierig sein. Was mit der Lack der Sonne? Ich wirklich verreite die Herausforderung. Wie immer, ich würde gerne Tippen über andere Promisungsplätze. Ah, das war das Schiff, wo wir schon drauf waren. Damn, Kodexstufe 4 schon. Dadurch, dass ich halt so viel Side-Content mache, haben wir schon so viel unlockt hier. Ich komme gar nicht hinterher mit den Levels. Well, hope you found what you needed. Hey, is there a new edition of Clear Skies? Dave's Chocobo Express! Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Barbarenarm, Ralf. Der Elder Funk wäre ganz nice für den Bravmanns. Und ich glaube, ich musste auch noch, genau, ich musste auch noch für... Aber keine neuen Waffen, das heißt, wir haben alle Waffen bisher gefunden. Sehr gut. Ich muss nochmal gucken. Ich glaube, wir können noch so ein paar Sachen mit der Synthese erstellen. Für die ich ein paar dieser Items da kaufen muss. Korallen Talisman Plus können wir auf jeden Fall machen. Ah ja, okay, und ich kaufe einen dieser Knochenarmen, Elfer, Barbaren. Knochen, Elfer, Barbaren. Oh ne, sonst habe ich alles. Was? Knochen, Elfer, Barbaren. Knochen, Elfer, Barbaren. Knochen gibt es glaube ich nur in der... im älteren Laden. Da kommen dann... von jedem hier. Wir machen eine Synthese. Ich weiß gar nicht, ob ich beide machen kann. Ja, es geht ganz genau. Ah ne, das eine braucht Haut, das andere. Okay. Haut und Knochen. Sehr gut. Bam, bam. Irgendwann muss ich nochmal zurück in die alte Region mir so einen Knochenarm greifen können. So habe ich dann eigentlich... Wieso habe ich denn eigentlich... Moment. Ich habe eine Schutzweste Typ 2 gecraftet, aber Barret hat sie nicht an. Was habe ich denn da für Scheiße gebaut? Tatsache. Sehr gut. Vielleicht sollte ich diesen Q-Protales Mann auch nicht mehr equippen. Ich habe den am Anfang reingemacht, weil da steht, äh... Erhöht in seltenen Fällen die Anzahl eingesammelter Materialien. Aber anscheinend gibt es ja so viel Materialien, dass sich das nicht mehr so richtig lohnt. Du... 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 Oder ich gebe die, äh... Die Typ 2, die gebe ich red. Dann lasse ich die Typ 1 bei, bei Barret. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich gebe ihr den Korallentalisman, weil das ist nicht so viel schlechter und hat einfach vier Slots. Das ist eine Menge. Tifa kriegt sehr wahrscheinlich den hier. Ui, ui, ui. Jetzt haben wir, jetzt haben wir. Also, Eris hat jetzt richtig viel Platz. Das ist verdammt nice. Luft, Gewitter, Frost. Dann kriegt sie doch auch direkt noch Glut. Und Tifa. Tifa kann die andere Glut haben. So, jetzt hat sie nämlich wieder jedes Element. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Den MP-Boost mache ich hier hin. Jetzt habe ich natürlich mehrere Optionen für die letzten zwei Slots. Ich könnte ihr ebenfalls Heilen geben. Aber eigentlich will ich mit ihr offensiv bleiben, so gut es geht. Ich könnte bei ihr wirklich dieses Automagie jetzt reinmachen, dass sie wirklich selbst einfach random loszaubert, dass ich nicht auf sie switchen muss. Aber irgendwo ist das auch irgendwie so richtig unnötig. Vielleicht gebe ich ihr mal den Erstschlag mit. Dass die auf jeden Fall schon mal mitgelevelt wird. Und ich könnte ihr zum Beispiel... Ich könnte ihr zum Beispiel noch Toxin geben. Und Red dann, stattdessen Ausdauer, dass er noch mehr HP kriegt. Das ist, glaube ich, ganz nett so. Nice. Ja, mit den neuen Items und dem neuen Waffe-Level hat Eris gerade unser ganzes Problem mit zu wenig Slots gelöst. Die hat jetzt auch zwei Waffen-Slots da unten, sehe ich. Okay, Magiekreis und... 10% Heilungs-Bonus? Ah, shit. Dann wäre Heil natürlich doch geil. Dann gebe ich ihr vielleicht heilen und dann gebe ich Red Rides in Feindes-Technik. Sie ist jetzt richtig krass. Sie hat Heilung und alles, was es gibt an offensiver Magie. Das ist richtig cool. Und trotzdem noch Erstschlag und MP-Boost. Also, sie ist jetzt sehr, sehr krass. Und Red müsste jetzt eigentlich so richtig viel HP haben. Wie viel hat denn der? Der hat jetzt schon fast 3000 HP. Doppelt so viel wie sie. Nice. Ja, es geht gut voran hier. Oh, Gabe ist hier. Ich würde sagen, lasst mal hier noch Phoenix holen. Boah, das sollte jetzt... Das sollte easy peasy sein. Phoenix. Ach ja, der beschwörte jetzt seine Viecher. Houding. Flammenblitz. Doppelte Flammenblitz. Doppelte Flammen. Es ist so schnell. Das ist das. Komm! Wir haben Zeit. Das ist es! Womba! Dann machen wir direkt Eis. Wir sind auf. Das ist es! Geh den Lied! Ich komme! Schau! Komm! Ich nehme mehr Malta! Das ist es! Ein weiterer Schau! Okay. Okay. Den habe ich noch nicht analysiert. So Feuer ist der gut. Okay. Ja. Ich bin jetzt mal. Was hast du weg? Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Das ist alles. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Nein. Phönix Schott anfällig, okay, boom. Go, 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 go. Ich muss heilen, leider. Okay, aber jetzt fettes Eis drauf. Wollen wir einen Kumpel? Jawohl, okay. Das ist hervorragend. Sie hat jetzt auch Limits. Ich kann mich immun gegen physischen Schaden machen, aber... Das ist halt fachvoll. Der macht eh nur Magic. Flamme des Lebens. Nice. Ich hoffe, das zählt noch. Fuck. Wird's nicht. Shit. Das war verschwendeter Limit Break. Egal. So, das vier. Die Luft. Loser- Ich werde dir zeigen, was ich kann. Ich muss mal gucken. Nicht normaler... Aber er hat noch was, oder? Ja, was kommt jetzt? Das ist wie... Feuer. Normales Feuer? Boom, Schockern fertig. Okay, so jetzt. Jetzt hier volle Pullen. Ähm... Oh. Ähm... Okay. Ähm... Wickel. Wickel? Nee, das ist einfach nur weg. Ja! Shit. Kann ich das noch überleben? Nee, ich hab nix zum heilen. Shit. Okay. Ich glaub ich muss schneller die, die Viecher killen. Und das könnte ich schaffen, indem ich... mit Eris... die ganze Zeit... Magie auf die kleinen Kaste. Deal mit dem! Wir machen es zusammen! Hier geht's! Hau! Hau! Das ist es! Hau! 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 Hehn. Hell. Hau! Hehn. OH LIFE. A mów! Hehn! Everything. Das war's. Okay, Shock. Ziggurat, okay, okay. Super, so, und jetzt, nachdem er das gemacht hat, mache ich meinen heiligen Wind. Wir sind wieder voller HP. Nice, okay. Runde 2. So, jetzt kommt der ganze Luft rum. Nice, direkt gekillt. So, nächstes ist... Wiederwind. Instant gekillt. So, jetzt kommt der dritte. Das ist der Feuertyp. So, Schockanfällig. Bam. Bam. Aber jetzt hat er ja schon wieder... Jetzt bin ich ja schon wieder tot. Oh. Ah. Don't overdo it. Let's dance, asshole. Time to get serious. A legend Nothing personal I haven't Komm schon, komm schon, jawoll. Okay. Ey, also dafür, dass der doppelt geschwächt war, war der richtig hart, ohne Witz. Also Titan, Titan fand ich leichter mit Schwäche 1, als den hier mit Schwäche 2. Das ist, wuf, das war krass. Skill Issue, ja, für den Phönix. Das war eine wunderschöne Wettbewerb über den Phönix. Die Fläume, die er erledigt, waren so kaktivierend. Ich konnte gar nicht wegsehen. Mit einem immortalen Alli, wie dieser auf deinem Seite, hast du nichts zu gefährden. Nicht sogar Tod. By the way, Cloud, hast du in der Hunde für den Proto-Relik gemacht? Chetly? Maul. Maul. Wem gebe ich denn Phönix überhaupt? Magie geht hoch damit. Ihr vielleicht? Jo? Ja. Das ist sogar, das ist sogar weitaus besser als, äh, das Leviathan. Okay, dann kriegt sie Phönix. Veritas. 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 Und sie hat Shiva. Und sie braucht natürlich Ifrit für physische Attacke. Ja. Okay. Shiva wird gebencht. Shiva sitzt auf der Bench. So, ihr Lieben. Äh, damit wären wir auch für heute wieder am Ende des Streams angelangt. Aber wir haben viel geschafft. Ich hab meinen Soll erfüllt und wir sind in Unorn angekommen. Hehehe. Der Streamtitel war keine Lüge. Wir haben's geschafft. Genau, jetzt mach ich gleich, äh, Eden hier den letzten Fight. Gegen Gaia. Edens Promise. Hehehe. Ja, mal gucken. Ist noch irgendwer online? Unseren Boys & Girls. La, 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 la. Oh, wow. Sind viele online sogar. Uiuiuiui. Okay. So, Leute, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Wollen wir? Zu Garry's Mod. Zu Hunt Showdown. Zu Just Chatting. Zu Feed and Grow Fish. Zu Last Epoch. Zu Supermarket Simulator. Zu That's Not My Neighbor. Zu Sekiro. Hehehe. Junge, Junge. Ich hab heute die große Auswahl hier. Da komm, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen. Ja, es ist, äh, heute, heute ist hart. Heute ist viel Auswahl. Wir nehmen mal wieder, weil ich ihn ja nicht so oft geradet hab. Wir nehmen mal wieder den guten Dennis. Der spielt gerade Supermarket Simulator. Das ist bestimmt lustig. Und, äh, jo, danke für den tollen, äh, Nachmittag, äh, Abend, äh, war ein langer Stream. Oh, 8 Stunden Stream. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Jo, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Hat richtig viel Spaß gemacht wieder. Ich kann auch kaum erwarten, dass wir direkt, äh, morgen wahrscheinlich dann weitermachen. Ähm, richtig geiles Spiel immer noch. Also, ich hab bisher wirklich überhaupt nichts daran auszusetzen. Megageil einfach. Ähm, ja. Freut euch mit mir auf das nächste Mal. Und, äh, ja, bis dahin. Einen schönen Abend. Gehabt euch wohl. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Auf Wiedersehen. Hau da rein. Hau da rein. Untertitelung des ZDF, 2020